Herzlich willkommen zu Frühmini, Frühstück mit Nils. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Schaut Nils dabei zu, wie er nascht, nascht, nascht. Apropos naschen. Wir haben wieder Pakete bekommen. Vielen lieben Dank. Florentin, unser Postmeister. Wir haben so Rollen verteilt. Florentin ist heute ... Ja, wir haben gesagt, du bist der Drachenschlechter, ich bin der Postmeister. Anfangs dachte ich mir, okay, unfaire Verteilung. Mittlerweile weiß ich, der Postmeister hat viel mehr Macht als der Drachenschlechter selbst. Weil der Postmeister kann die ganzen Ressourcen verteilen. Aber erst mal herzlich willkommen zu Dark Souls 3. Wir nähern uns dem Ende langsam zu. Wir wissen es nicht. Mit großen Schritten, mit großen Drachenflügelschlägen. Man weiß nicht, wie lang das Ende ist. Das ist halt das Ding. Du fährst mit dem Zug, verschiedene Stationen. Und du denkst, uh, das ist aber jetzt eine lange Reise zwischen Stationen A und B. Und dann sagt man, okay, der nächste Halt ist die Endstation. Aber niemand sagt dir, wie lange der Weg noch ist. Das kann ja theoretisch sein, dass das 80 Prozent des Weges ist einfach nur der letzte Abschnitt. Und die subjektive Zeitwahrnehmung ist ja auch so. Man sagt ja, die Kindheit verfliegt. Oh, das ist jetzt schon weg. Wow, so schnell. Und dann die letzten Jahre, die ziehen sich dann. Die ziehen sich, ja. Es kann ja auch sein, dass, selbst wenn es zeitlich recht kurz ist, es sich wahnsinnig lange anfühlt. Ja, weil es vielleicht auch einfach anstrengend ist. Und man wirklich auch irgendwann sagt, oh, ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr. Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon in diesem Raum hier sitzen. Wie lange wir hier mit verschiedenen Einfrierungstechniken hier noch am Leben gehalten werden. Ich kann es dir sagen, wir sind gestartet am 14. November 2021. Wirklich? Und das ist jetzt hier, guckt mal, jetzt ihr da draußen, guckt mal auf das Datum. Guck mal auf eure Datumsuhr. 14. November 2021, das ist mal Jubiläumszeit. Wow, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ey. Hammer. Tchü tchü. Und 1000 Tode werden heute auch vielleicht fallen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir sind am letzten Boss. Midea, der große Drache, ist unser Finir vielleicht. Und danach ist Schluss. Dann ist Schluss. Dann gucken wir noch ein... Wir tun jetzt so, als wenn das diese Folge passieren würde. Nein, nein, wir möchten euch vorwarnen, damit ihr auch mal irgendwie euer Zelt dann wieder abbauen könnt. Dass ihr die ganze Zeit hier vom Studio aufgebaut habt, damit ihr möglichst schnell die Folge kriegt, die wird hier immer ausgeliefert. Und die ersten Leute reißen, die heißen folgen dann schon dem Transporteur direkt von dem Stapel. Und damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Aber natürlich, wir wissen es, manche Bosskämpfe dauern sehr, sehr lange. Andere sind sehr kurz. Und damit ihr auch uns unterstützen könnt, haben wir alle Schleusen geöffnet. Und ihr seid glücklicherweise darauf eingestiegen und unterstützt uns fleißig. Wir machen mal ein Paket auf. Denn wir brauchen jede Stärkung, die wir kriegen. Vielleicht sind da ein paar Tipps drin. Hier kommt das erste Paket in schönem Pfirsich. Oh ja. Und das wird wahrscheinlich noch eine lange Latenzphase haben. Dass selbst wenn wir hier fertig sind, dass dann noch Monate und Jahre lang hier Post einkommt. So wie jetzt hier gerade auch immer noch irgendwie Pakete kommen für Tilt und für NDA. Und für Bonjour kommen hier immer noch Pakete und Bewerbungen und Gimmicks und so. Und wir müssen das leider alles verbrennen. Rechtlich leider. Rechtlich. Das ist wie mit abgelaufenen Lebensmitteln. Die sind zwar noch richtig gut, aber... Wir dürfen leider keine Pakete annehmen zur Sendung, die es nicht mehr gibt. Oh. Wow. Okay. Also hier erstmal eine schöne Nachricht. Freuen wir uns immer natürlich auch von euch zu hören. Ihr hört so viel von uns. Wir hören fast nichts von euch. Ihr seid so leise da hinter der Kamera. Wir können euch fast nicht hören. Es sei denn, ihr schreibt uns. Und zwar. Lieber Florentin, lieber Nils. Vielen Dank für das tolle Format, eure Nervenstärke und euer zeitweiliges, sehr unterhaltsames Abdriften in den Wahnsinn. An bei etwas Energie in Form von Pfeffernüssen und Keksen, damit ihr den nächsten Boss problemlos erledigt. Liebe Grüße von Matthias, Julia und Mieser. Das ist aber lieb. Herzlichen Dank. Ich finde, das klingt direkt irgendwie nach Weihnachten. Ich habe sofort so eine weihnachtliche Assoziation Pfeffernüsse. Und auch eine wichtige weihnachtliche Assoziation. Hammer. Game Boy. Selbst gestaltet, oder? Hammer. Oder ist das... Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ob in diesem Dreiergespann Matthias, Julia, Mieser... Aber ist das doch selbst gemacht, oder nicht? Das Game Boy Design. Die Box ist selber gemacht. Nein, nicht das Metall da jetzt. Ja, also das Tape, glaube ich, ist selber gemacht. Nein, aber jetzt... Das Game Boy Gesicht da oben. War das schon auf der Box drauf? Nein. Hammer, was glaubst du denn, was das für Leute sind, dass sie einfach so eine Box selber stanzen können? Doch, nicht die Stanzung. Meinst du, das sind Präger? Das sind doch keine Präger. Wir kriegen doch keine Boxen. Aber sind das aber Kleber vielleicht? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Diese roten Nöpsis da. Sag mal, bist du komm... Nimm das mal. Und sag mir mal, ob man das einfach so nebenbei zu Hause prägt. Ja, deswegen frage ich ja, ist das reing... Ist das eine Stanzung? Glaubst du, Mieser hat eine Prägemaschine zu Hause, oder was? Oder ist das geklebt? Aber das ist wirklich in das Metall eingearbeitet. Das ist in das Metall eingearbeitet. Ja, das ist geprägt. Sag mal, also wirklich Nils von Hand... Das war aber auch meine Frage. Ist es geprägt oder ist es gebastelt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ey. Sorry, in meiner Familie gibt es nicht einen einzigen Präger. Woher soll ich das denn wissen? Danke. Oh, okay. Selbstgebackenes. Yes. Ja, ich liebe Selbstgebackenes. Mh, 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 ja. Man kann das selber backen? Diese Pfeffernüsse? Ich muss bei sowas immer unwillkürlich... Ich muss immer... Die sehen sehr, sehr schmackhaft aus. Aber ich habe zu viel in meiner Jugend und in meiner Pubertät zu viel Schneewittchen gelesen. Ja, okay. Und ich muss immer an diesen roten Apfel denken. Du Rebell. Vielleicht kommt das von Pete Smith, von Bonjoa, wer auch immer. Die sagen so... Dann schicken die uns Kekse mit Tollwut drin. Ja. Das kann sein, dass die in ihrer Frettchenfarbe einfach noch mal ein bisschen Tollwut haben. Und was auch noch dazu gekauft sind... Oh, Herzschens. Pfoten. Komm. Prost. Es ist ja auch die Weihnachtszeit endlich wieder. Nö, die sind lecker. Ich wusste nicht, dass man das selber machen kann. Ja, was glaubst du denn, wie die hergestellt werden? Ja, ja. Glaubst du, die wachsen auf Bäumen oder was? Du machst auch nicht zu Hause Dublo oder so. Es gibt, finde ich, manche Produkte, die macht man einfach nicht selber. Zum Beispiel? Daimkekse. Hast du gerade gedacht, dass das meine Kekse sind, weil das da draufsteht? Nee, das sind deine. Nee, das sind deinem Kekse. Dein Kekse. Ach, Entschuldigung, ich hab die verwechselt. Das waren deinem Kekse. Vielen Dank. Dankeschön. An euch. An Matthias, Julia und Mieser. Ich würde sagen, wir sind ausreichend gestärkt. Und... MMJ. MMJ. Wofür gestärkt, fragt ihr euch? Wofür braucht man diese Kraft? Wofür braucht man all diese Unterstützung? Was muss denn hier epochales passieren? Ja. Was ist der Knipper hier? Nils und ich, wir haben uns lange, ein Jahr lang schon, durch sämtliche Bosse gekämpft, die dieses Spiel zu bieten hat. Da waren Wurmen dabei, da war eine Schimäre dabei, da war ein Riese dabei, da waren alle möglichen Kreaturen dabei, aber eine fehlt noch. Und zwar der große Drache, den wir entdeckt haben, durch einen reinen Zufall, als Nils versucht hat, auf Nebel zu laufen, weil er das privat auch gerne macht. Und deswegen dachte er, ach komm, dieses Hobby übernehme ich jetzt einfach mal in dieses Videogame hier. Und dann hat er gemerkt, Moment, damit kann man Boss falsch halten. Nebellaufen ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, in Österreich, in den Bergregionen, wenn dann morgens früh diese Hänge komplett in Nebel getaucht sind, dann gibt es wirklich so einen alten Brauch des Nebellaufens. Da gibt es dann auch extra so Schuhe, habe ich gesehen. Moment mal, wo muss ich denn eigentlich hin? Ja, das ist richtig, du musst da diesen Fahrstuhlweg nehmen, weißt du noch? Wo wir diesen Geheimweg entdeckt hatten. Also durch dieses Loch, glaube ich, da jetzt durch. Da. Ach nee, ach Gott, so früh am Morgen schon so ein Skillshot hier. War das nicht da? Und dann kommen wir doch in diesen komischen Versammlungsraum. Genau, mit dem Loch drin. Ja, genau. Und dann muss man da draufhauen. Ja, 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 ja. Und dann durchs Loch. Dann sind wir da. Die alte Frage, ab wann soll man sich Mühe geben, nähere Spawnfire zu finden? Ich glaube, es gibt keins. Aber rutschen kann man. Boah, dieser Schacht, ey. Du kannst rutschen. Ich würde das so klaustrophobisch machen, glaube ich. Du kannst da schon in diesem Schacht drin sein. Natürlich, vor allem, weil irgendwann siehst du ja nur noch Schacht. Stell dir mal den Weihnachtsmann vor, oder? Was der für Platzangst hat im Schornstein, oder? Jedes Jahr ich kann nicht mehr in diesen Schornstein rein. Die werden ja immer enger, ne? Ja, ja, die werden immer enger. Der Fortschritt macht ja da auch nicht Halt. So, jetzt ganz kurz. Ich bin komplett gebufft und bereit. Los geht's. Ey, dieses, was du gerade erzählt hast, das ist einer meiner absoluten Angstszenarien. Fest zu stecken im Schornstein? Nee, nicht im Schornstein, aber es gibt so Leute, die völlig wahnsinnig sind und irgendwelche Höhlen erkunden. Ja, das ist so schön. Die zwängen sich dann durch Öffnungen, die so eng sind, dass die ja da teilweise stecken bleiben. Und ich hab da mal, ich weiß nicht warum, irgendwie auf Reddit oder was auch immer, so eine Geschichte von so einem Jungtypen, der hat sich irgendwie mit seiner Freundin oder so, sind die in so eine Höhle runter. Und dann wollte der sich da durch so einen Schacht zwängen und dann nicht mal mit Höhlenausrüstung oder so, einfach so Passanten halt. Und dann ist er da stecken geblieben und die haben den da nicht mehr rausgekriegt und dann ist er da langsam gestorben. Oh Gott, Nils! Sie konnten nichts, sie konnten nichts für den Pool. Nils! Warum erzählst du mir sowas am frühen Morgen? War der festgestellt? So haben wir uns das Format Frühstück mit Nils nicht vorgestellt. Ja, wir dachten, dass du was Witziges aus der Tagespresse oder so vorliest, mal irgendwie ein Tier zeigst oder so im Studio und nicht diese Horrorgeschichte erzählen. Ja, was soll ich machen? Das ist halt, ich teile einfach meine Gefühle mit dir. Wenn du davon überwältigt wirst, dann frag dich mal, wie ich mich fühle damit. So, ich erzähl dir von einer Welle, aber ich bin derjenige, der von ihr überrollt wurde und du bist schon zerbrochen von der Erzählung der Welle. Versetz dich doch einmal in mich. Ja. Ich dachte einfach nur, dass du in dem Format vielleicht ein bisschen lockere Themen besprechen kannst. Ein süßes Tiervideo oder so. Das hatten wir nicht so besprochen. Wir haben gesagt, wir können endlich mal wir selbst sein und müssen nicht immer das tun, was die Regie uns sagt. Noch nie war jemand in der Morningshow er selbst. Frühmini ist eine klassische Morningshow mit Nils. Frühstück mit Nils. Ja, und du weißt genau, dass ich ein Morgenmuffel bin. Und dann hast du bei der Regie gesagt, pass auf, hey, ich kann nicht heute tagsüber, ich kann nur richtig, richtig, richtig früh, weil ich stehe mit den Vögeln auf. Sobald hier die Amsel zwillert, bin ich, stehe ich senkrecht im Bett, hast du gesagt. Ja. Und dann hast du so viel Taten dran, dass du unbedingt was machen musst. Ein Fehler. Ja. Und jetzt habe ich den Salat. Das war ein Fehler. Stehe ich hier. Morgens um, spät ist es 7.24. Bin ja schon beim Boss. Oh Gott, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das wird richtig lange dauern. Ich weiß, der macht so ganz fiese Sachen, ich habe schon wieder alles vergessen. Naja, wir haben noch 17 Tode zu 1.000. Meinst du, wir schaffen es vor 1.000? Ey, also was ich dir sagen kann, ist, ich werde es nicht schaffen. Ich glaube, hier bei Frieda hatten wir über 100 Tries, glaube ich. Was macht der denn? Ist der völlig bescheuert? Bleibt doch mal stehen, wir wollen uns doch mal miteinander auf die Nase. Ja, ich glaube, der ist auch blind, ne? Der hat keine Augen, hatten wir gesagt. Der ist vor allem auch ein Arschloch. Ja, ganz schwer war ja dieser, dieser Flammenteppich, ne? Oh, das wird so eine, oh Gott, ich, kennst du das, wenn, wenn du so Box-Trading hast? Und? Ich kann dich hier schon mal anhalten. Nein. Nein? Ich nicht. Naja, jedenfalls, du kommst dann da hin und machst halt Sparring und du bist halt mega langsam und kannst überhaupt nicht denken und dein Trainer fahrt dich an. Junge, du hast morgen Championship-Kampf. Deine Reflexe sind mega lahm, du kannst überhaupt nicht richtig denken, du verläufst dich noch, obwohl eigentlich völlig klar ist, wo du lang musst, ähm, im Ring. Es gibt eigentlich kaum Optionen im Ring, außer halt im Ring zu sein und trotzdem schaffst du es, dich zu verlaufen. So, so fühle ich mich gerade. Ja, nee, ich kenn das. Ich weiß, was du meinst. Das letzte Training vor dem großen Kampf, das ist immer anstrengend. Da kann man einem auch nichts mehr sagen, das ist so wie in der Busfahrt vor der Klassenarbeit, wo man denkt, kann ich, entweder ich lerne jetzt noch alles oder ich lerne gar nichts. Was ist jetzt klüger? Sich jetzt den Druck zu machen, nochmal irgendwie das komplette Periodensystem durchzugehen oder nutzt man lieber die Energie und die Ruhe, um sozusagen entspannt reinzugehen? Das ist die Frage. Schreibt man sich noch alles aufs T-Shirt oder so? Boah, dieser Schornstein, oder? In welchem Abstand braucht man da so Sicherheitsausgänge und so wie in so einem Tunnel, wo dann so alle 100 Meter so eine Tür ist, wo man raus kann, die wahrscheinlich alle nicht echt sind, einfach nur aufgemalt, damit die Leute... Also der Aufwand ist gar nicht lohnenswert dafür, dass alle 250 Jahre eventuell mal eine Situation kommt. Aber was hältst du von vorhin eine Kurzgeschichte? Und wir können auch einen Film drehen. Wollen wir beide nicht einen sehr einfach zu drehen einen Film drehen? Ja, sehr einfach. Wir nennen es den Schacht und es geht so, wir sind irgendwo, ist egal, aber wir müssen einen Schacht hochklettern. Und man guckt da oben, man weiß nicht, wie hoch er ist. Und wir klettern diesen Schacht hoch und aber der ganze Film lang besteht nur daraus, dass wir über diesen Schacht klettern. Und ab und zu hängt vielleicht mal eine Leiche da, eine Sprosse dran oder irgendwas. Und wir kommen aber an kein Ende. So fühlt sich auch Dark Souls an. Es ist einerseits ein Kurzfilm, aber er hat kein Ende. Naja, also er endet halt irgendwann, aber er endet nicht damit, dass man rauskommt. Er endet damit, dass man einfach, am Ende sind die immer noch in dem Schacht. Ja, er finde ich eine gute Idee. Vielleicht, ähm... Hatten wir noch eine Lösung gefunden für den Flammenteppich eigentlich? Oder war das immer noch... Ich kann nicht denken, ich brauche mehr Kaffee. Ich werde, also zwischen den Folgen werde ich mir noch einen Kaffee besorgen. Mein Koffeinhaushalt ist defizitär. Es ist wirklich so. Wie die Staatskasse eines, ähm, Ostblockstaates kurz vor dem Mauerfall. So ist gerade mein Koffeinhaushalt. Ja. Wo man wirklich sagt, scheiße, fünf Jahresplan brauchen wir gar nicht mehr machen. Gibt es so Koffeinpflaster auch eigentlich so? Ja. Also wirklich so die Pflaster, die finde ich ja immer geil. Ich bin komplett... Wie lange muss man die draufgeklebt haben? Immer. Einfach immer. Die strömen konstant einfach rein, oder wie? Also die sind natürlich, irgendwann ist das Koffein, dann musst du es halt ersetzen, das Pflaster, ne? Aber das sind... Also die Dinger halten schon zwei, drei Stunden, dann sind die erschöpft. Ey, dieses Pflasterkonzept ist noch nicht, finde ich, ausgereizt. Du könntest ja auch einfach Essen per Pflaster aufnehmen, oder? Also gibt es da Möglichkeiten, dass du so ein 100-Kalorien-Pflaster da hier draufklebst und dann einfach statt Mittag zu essen? Muss man Gino fragen. Oh Gott. Ich kann nicht... Ich werde diesen Drachen heute nicht... Du musst das machen. Nö, ich bin dran. Ich bin dran. Ich spür's nicht. Aber der Brüller macht gar nix, ne? Also da kann man, glaube ich... Der ist relativ laut, ne? Wie bitte? Der ist relativ laut. Noch einmal bitte, ich hab's nicht verstanden. Der ist relativ laut! Alles klar, danke. Hau mir jetzt ins Gesicht, das hält sie davon. Hat er kein Interesse dran. Äh, hallo? Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, dieser Flammenteppich. Okay, ich bin noch überhaupt nicht... Ich bin noch... Ich bin noch so langsam. Ich muss irgendwas machen. Wie werde ich denn jetzt wach? Florian, wie wird man wach? Stromschlag? Haben wir Strom da? Haben wir einen Stromschlag? Aber ist das nicht total unangenehm? Ja gut, aber du musst ja irgendwie dein Überlebensinstinkt... Kann man nicht angenehm wach werden? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Der Körper kennt nur Schlaf und Angst. Er wacht auf, wenn er Angst hat. Und er schläft ein, wenn er keine Angst mehr hat. Das ist einfach der Grund zustande. Warum findet man eigentlich Vergnügen? Was ist der evolutionäre Vorteil von Vergnügen? Das ist ja ein Anreizsystem, wie so ein Punktesystem beim Supermarkt, dass man das macht, was einem Vergnügen bereitet. Ich meine, das funktioniert natürlich für Fortpflanzung und sowas und Entdeckung und Kreativität und so, aber halt auch nicht für gutes Essen, weil oft ist es ja so, dass das, was besonders gut schmeckt, einem nicht gut tut. Ja, das ist echt seltsam. Also dieses Vergnügungsding hat, glaube ich, so ziemlich so ein Eigenleben entwickelt. Also ich glaube, die Evolution, für die Evolution ist das Thema Vergnügen wie so ein pubertierendes Kind für seine Eltern. So völlig außer Kontrolle geraten. Die Evolution hat sich irgendwann überlegt, im Evolutionsrat wurde gesagt, ey, ich würde gerne noch ein bisschen Vergnügen mit reinpacken, so als Anreiz. Und da wurde einfach gesagt, ja, okay, komm, mach ein bisschen Vergnügen noch mit dazu, passt schon, wir finden schon eine evolutionäre Verwendung dafür. Und auf einmal ist Vergnügen so Präsident geworden der Evolution und keiner wusste so, was ist los so. Die anderen wie Franz von Papen früher so, das kreisen wir hier schöner ein hier und zerquetschen das Vergnügen und jetzt auf einmal ist es an der Macht. Moment, von Papen steht für das Vergnügen? Nein. Und das gibt sozusagen, also, übergibt die Schlüssel an den Faschismus? Ja, das Vergnügen herrscht jetzt. Mit eiserner Faust. Ich habe das Gefühl, du kannst nicht den Drachen besiegen und gleichzeitig mit mir Ich habe nur die von Papen Metapher nicht so ganz verstanden. Ja, das habe ich gemerkt. Wow, Nils, du kannst die Maus nicht bewegen! Das war ich. Ich habe mich schon gefragt, was du noch machst. Ich habe schon gedacht, was macht er denn jetzt? Aber das tut mir leid, die liegt hier so rum. Ich möchte mich entschuldigen, aber es hat dir ja nicht wehgetan. Wessen Idee war das, morgens um 8.47 Uhr diese Folge zu drehen? Schnappi! Schnappi, oh Gott. Aber wenn man bedenkt, wie klein wir sind, ist er eigentlich gar nicht so stark. Ja, wir sind ja, ich glaube, wir verkleinern es auch, wenn wir da durch diesen Schacht fallen. Ja, das wäre lustig, das wäre ein guter Twist. Der Schacht wird immer enger, aber im gleichen Maße verkleinert man sich, sodass man das auch perspektivisch gar nicht wahrnimmt. Und der Drache ist in Wirklichkeit so groß wie eine Ratte. Das wäre ein geiler Twist, oder? Ja, da gibt es in World of Warcraft so einen Boss. Da gibt es so ganz kleine Gegner, gegen die man immer kämpft, die so ganz schwach sind. Und dann wird man aber geschrumpft und dann ist das plötzlich der Boss. Ach, echt? Der Gegner, der so ganz klein ist. Das ist bei allem so, ne? World of Warcraft already did it. Ja, ja, so Simpsons in World of Warcraft. Boah, ey, das ist... Ja, komm, lass dir Zeit, Kollege. Steh auf, drück, na mal auf den Snooze-Button. Wie fucking langsam kann man aufstehen. Aber langsam hab ich den, den krieg ich. Also gut, der Lebensmarken spricht nicht dafür, aber ich hab den, glaube ich, verstanden. Ich hab den verstanden. Weißt du, erinnerst du dich dran bei dem wirklichen einzigen Endboss? Da hab ich irgendwann gedacht so, hab ich irgendwann gedacht so, ey, Florentin, den machst du. Dann hab ich mich so richtig zurückgezogen. Wirklich? Ja. Ich hab richtig gemeint, egal, du machst Fortschritt so und dann irgendwann lässt man ja los. Dann denkt man sich so, ey, weißt du was, er ist auf einem guten Weg. Aber das machst du jetzt nicht hier. Doch! Nach einem nicht in den anderen Versuch. Nein, Nils. Du hast gesagt... Geh nicht auf, Nils, da auf. Aber du hast doch gesagt, du bist richtig geil auf einem guten Weg. Und wenn Florentin sagt, er ist auf einem guten Weg, dann... Ja, es ist ein Unterschied, unten am Berg zu stehen und den Weg zu sehen und den Weg tatsächlich zu bestreiten. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Nur weil du den Weg kennst, ist es ja deswegen nicht trivial, ihm zu gehen. Du musst ja trotzdem noch da durchs Gestrüpp und durch die Brennnesseln gehen. Aber du hast den Weg vor Augen. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Anders als jemand, der völlig im Nebel verloren ist. Wie demütigend, dass der Weg dahin so lang ist, ey. Das machen die doch absichtlich. Vollste Absicht. Je schwerer der Boss, desto länger der Weg dahin. Wollen wir nicht irgendwie nach einer... Wollen wir bei tausend Toden nochmal gucken, ob wir ein näheres Bonfire finden? Hm, ja. Weil das war ein paar Mal schon so in dem Spiel. Ist es überhaupt ein Spiel? Das ist... Ich glaub nicht, dass es ein Spiel ist. Das ist eher wie bei Enders Game. Das wirklich... Irgendwann stellt sich raus, man kämpft wirklich... Die Menschheit kämpft wirklich gegen diese Bestien. Und das ist die... Die waren alle kriegsmüde, die Menschen. Und dann hat die Regierung einfach sich was ausgedacht und gesagt, okay, wir verpacken das als Spiel. Innerhalb von zwei Generationen verschwindet das Wissen. Darum. Und dann ist es in Wirklichkeit... Den liebst du nicht echt. Alter, Drehschlag. Ey, okay, der Dreifache... Der Drehdrescher. Drehdrescher. Ja, keine Ahnung, okay. Ich hab schon vergessen, wie das geht. Den Flammteppich muss man einfach weglaufen. Da muss man gar nicht versuchen, auszuweichen oder so. Ich muss einfach weglaufen. Ich muss irgendwas machen. Ich muss... Was mach ich denn jetzt? Wie funktionier ich denn am besten? Wie werde ich denn jetzt irgendwie wach, kalte Dusche? Denk an ein ganz feindliches Erlebnis. Oh, nee, da zieh ich mich zurück. Genau, nee, aber das ist so wie sauer. Dann so... Dann fliegt man sich so zusammen und dann ist man wach. Pure Scham bei mir. Ja, genau. Ich glaub, Scham... Nee, aber Scham ist ja der... Der evolutionäre Motivator ist ja Scham. Wenn du merkst, oh, ich bin nicht Teil der Gruppe, ich schäme mich, das ist ja deine Motivation, dann was an dir zu ändern. Nee, bei mir... Ich schrumpel ein, ich schrumpel zusammen. Wirklich. Ja gut, aber Rosinen schmecken besser als Weintrauben. Also manchmal ist zusammenschrumpeln luminös. Vielleicht musst du dich noch ein bisschen zusammenziehen. Rosinen schmecken besser als Weintrauben. Ich mein, ich kann die Metapher wertschätzen, aber die Wahrheit dahinter ist ja nun wirklich arg verfehlt. Ja, ich muss... Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Vielleicht, was ist mit Datteln? In welchem Zustand sind Datteln ursprünglich? Gibt's Datteln eigentlich auch in der Grundform? Also ich kenne ja Datteln nur als die gedattelte Version. Genau, als gedattelte. Aber was ist die Ausgangsform einer Dattel? Ich weiß nicht, dass es ungedattelte Datteln gibt. Ich glaube, das gibt's nicht. Ja, aber die sind doch so schrumpelig und so. Oder sind die, wachsen die so, man pflückt die ab und dann sind die so, wie die sind. Nee. Es gibt ja hier auch keine Dattelbäume. Man muss sich auf das verlassen, was einem die Dattel exportierenden Länder erzählen. Ja, wir haben da kaum Kontrollmöglichkeit. Nee, man muss es komplettes Vertrauen, was man denen gegenbringen muss. Ah ja, okay. Wenn ihr den Kopf senkt, dann kommt gleich der Charge. Super, du hast ihn gleich. Sehr schön. Vorsicht, er gemacht irgendwas Gemeines. Ach, hatten wir wirklich einfach nur weglaufen, ne? Wenn der Teppich brennt. Jetzt Charge? Nee, doch. Stark, jetzt hast du ihn. Du hast ihn entschlüsselt. Du trägst den Code in dir. Aber man, ich glaube, man darf nicht hinter ihm stehen. Das ist der klassische Drachenfehler. Kennst du noch den Film Good Will Hunting? Ja. Da gibt es doch, neben Robin Williams gibt es doch und Matt Damon gibt es da noch diesen anderen Mathematikprofessor, der sehr ehrgeizig ist, aber nicht so talentiert im Vergleich und der will dann Matt Damon so richtig unter Druck setzen und so, mit ihm irgendwelche Sachen und so fühle ich mich gerade. Ich bin dieser Professor, dieser überehrgeizige Typ, der an seinen Fähigkeiten scheitert, aber in Matt Damon sieht er die Möglichkeit, nochmal eine Größe freizusetzen und deswegen drängt er ihn so in so eine Richtung und das mache ich mit dir jetzt auch. Du musst Matt Damon und dieser Drache ist die Formel, die ungelöste mathematische Formel und du musst sie jetzt knacken. Gleich. Vorsicht, stark. Kann das sein, dass du ihn noch nicht einmal getroffen hast? Wie groß ist dieser Effekt wirklich? Nicht so weit, du musst nicht so weit weg. Kopf gesenkt? Nee. Was jetzt stimmt. Spielst du jetzt nur, ist jetzt die Taktik einfach nur zu überleben? Solange wie es geht. Ja, endlich! Aus, geh! Stark. Ich frage mich manchmal so bei so Tieren, der ist jetzt ja blind, wie sieht deren Welt aus? weil das Auge ist ja nur eine Informationsquelle für das Gehirn. Das Gehirn interpretiert die Signale, die das Auge sendet und wandelt sie in Bilder um, die wir in unserem Gehirn sehen. und wir denken immer, wir sehen mit den Augen, aber ist ja nicht so. Das bedeutet ja, dass das Gehirn, wenn das eben auf andere Sinne zurückgreift, wie den Riechssinn, den Ultraschall oder whatever, das Gehirn kann das ja genauso gut in Bilder interpretieren. so. Wie sieht so ein Hund zum Beispiel sieht mit der Nase? Das heißt, wahrscheinlich hat der so viele Informationen aus seiner Nase, dass das Gehirn daraus Bilder macht. Und, äh, Maulwurf zum Beispiel. Oder, oder ein, ähm, Oh, das sind, fünf sind das? Sechs? Oh, sechs. Oder eine Fledermaus, die mit so Echolot arbeitet. Welche, welche Bilder schickt das Gehirn denen? Wie sehen die? Das würde ich gerne mal wissen. Und da frage ich mich auch. Also meinst du, du kannst, wenn du lange genug die Augen zumachst, dass dein Gehirn irgendwann anfängt, die anderen Sinne irgendwie naja, das ist bei Blinden ja wirklich so, dass zum Beispiel, ähm, der Gehörsinn sehr viel sensibilisierter ist als bei Sehenden. Und das innerhalb einer Gattung, die sehr aufs Visuelle sich selber reduziert. Wie muss das erst sein eben bei Tieren, die halt, wo einfach klar ist, okay, die Augen sind eigentlich der sechste, der vierte Sinn von fünf. So bei, wie zum Beispiel eben bei Hunden oder bei irgendwelchen anderen Tieren, Fledermäusen und so weiter. Weil ich würde mich einfach interessieren, können Fledermäuse Farben sehen? Kann das Echolot, kann das Fledermaus-Gehirn die Echolot-Informationen auch farblich darstellen? Oder sehen die nur in so komischen Grautönen? Reicht denen das? Werden zum Beispiel, wenn das Echolot äh, sagt, sie, ähm, empfängt den Umriss einer Beute. Nehmen wir mal an, zum Beispiel jetzt, äh, ne Hummel oder was so ein Fledermaus frisst. Wird die Hummel dann farblich dargestellt? Zum Beispiel rot, damit man direkt, damit er direkt checkt, okay, da ist ne Hummel, ich blende alles aus und steuere direkt auf die zu. Der würde ja nicht in Grautönen, das ist, ist ja nicht vorteilhaft. Ja, das ist ne gute, ja, stimmt schon. Wir werden's nie erfahren. Na, ich glaub schon, dass wir das erfahren. Ne, wie denn? Doch, klar, Fledermaus, äh, in der VR. Ja, aber das ist ja reine Spekulation, wir werden nie wissen, wie ne Fledermaus die Welt sieht. Das kann man nur erfahren, wenn wir irgendwann so weit sind, dass man, dass irgendwie ne KI ein Gehirn, ein Fledermaus-Gehirn irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das geht schon. Ja, aber das werden wir ja nicht mehr miterleben. Doch, Nils, unterschätzt, man, du unterschätzt immer den technischen Fortschritt, Nils, das ist immer dein gleicher Film. Ja, aber ich warte auch schon seit vielen Jahren, du weißt genau, worauf ich seit vielen Jahren warte und der technische Fortschritt ist bis dahin immer noch nicht vorgerückt. Ich warte seit, ich warte die ganze Zeit auf die selbst aufhängende Kleidung. Seit Jahren hängen meine ganzen Klamotten, die noch zu wenig dreckig sind, um sie nicht noch mal anzuziehen, aber zu dreckig, um sie noch mal aufzuhängen, hängen immer auf dem Stuhl oder auf dem Bett rum. Alles, was ich will, ist, dass die sich selber einfach aufhängen. Aber nein. Das machst du echt übrigens gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich dich dumm voll laber, schalte ich da habe ich irgendeine Gehirnregion bei dir stumm, die dich ansonsten daran hindert, richtig gut zu sein. Ah, das ist der Vorwärtsflamme. Da kann man nicht, glaube ich, den Hammer. Der hat zwei Arten von Feuerspucken, den Teppich und den Strahl. Und beim Strahl kann man an ihn ran. Ey, du machst das einfach richtig gut gerade. Aber ich bleib gleich. Ja, Charge. Ach, komm, in die Pfote rein! Das war Pech. Oh, Mann! Das war Puff. Nein, 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 lauf, 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 trink, lauf, trink, 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 trink. Er sieht dich nicht. Jetzt, wer sucht dich? Warte, 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 ich rieche, ich rieche mal eben. Ah, da ist er. Das wäre auch schon ganz geil, wenn es bei diesem Boss so wäre, dass wenn man stehen bleibt, dass er eigentlich orten kann. Wie bei so Tyrannosauriern. Wobei das ja, glaube ich, gar nicht so war. Das hat sich Jurassic Park mal ausgedacht. Ach, komm. Ja, okay, aber ich glaube, das war gut. Es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg. Der hat zwei Flammenatem. Also er hat drei, aber stehend hat er zwei. Einen, der geht direkt nach unten, da muss man einfach weglaufen. Aber wenn er den Strahl macht, kann man, glaube ich, an dem Strahl vorbei auf seinen Kopf laufen und noch während er feuerspalt vielleicht noch ein paar Treffer landen. Weil das ist gemein, weil mit dem Teppich, da lockt er dich weg. Aber mit dem Strahl, glaube ich, kannst du genau das Gegenteil machen und an dem Rand rum. An ihn ran. An ihn ran. Los, verbleiben sie. Es gibt irgendwann, das wäre ein Spiel im Spiel. Es gibt eine Situation, da kannst du runterrollen, während der Fahrstuhl hochkommt. Und das ist der eine Moment, ab dem du keinen Schaden mehr nimmst. Siehst du? Nie wieder. Nein, aber wenn, also, so hoch ist der Schacht. Wenn die Aufzugplattform unten ist und du springst runter, stirbst du ja. Das heißt, je weiter der Schacht nach oben kommt, desto weniger Leben verlierst du, wenn du runterrollst. Und da gibt es irgendwo einen Punkt, ab dem du, wenn du runterrollst, während der hochfährt, ab dem du keinen Schaden mehr nimmst. Da muss es exakt einen Punkt geben in dem Schacht. Das heißt, es gibt genau einen perfekten Zeitpunkt, nachdem du gezogen hast, wo du runterrollen kannst, ohne Schaden zu nehmen. Ich mag, dass du schon versuchst, den Weg zum Boss zu optimieren, weil du schon mit Versuchen im drei- bis vierstelligen Bereich rechnest. Dass du denkst, wenn wir jedes Mal nur zwei Sekunden sparen, bei 300 Trys, dann ist 600 Sekunden, das sind zehn Minuten. Ja, weil stell dir mal vor, der Zeitpunkt, wo man keinen Schaden mehr nimmt, liegt unterhalb dieser Öffnung. Dann bedeutet das, man kann runterrollen. Ach so. Das heißt, man kann runterfallen und vielleicht direkt in diesen Schacht irgendwie. Ah, ich verstehe, was du meinst. Ja. Hatten wir nicht diesen Fallschirm, der uns weniger Fallschaden gibt? Hm, ja. Naja. Ich gehe mal wieder, ne? Ich gehe mal wieder rein. Mal ganz kurze Grundfrage. Wenn wir jetzt sagen, das ist der letzte Boss, sollen wir dann, jetzt mach mal deinen kleinen Quatsch da, ähm, sollen wir dann nicht irgendwann nochmal alle Seelenchecks einlösen und uns einfach mit Consumables eindecken, wie geht? Einfach alle Gluts und alle und alle Waffengele und Schmiedesteine und so kaufen? Ähm, ich glaube, weil die Schecks brauchen wir ja nicht mehr. Wir können, glaube ich, ähm, ja, also grundsätzlich bin ich bei dir. Wir können aber, glaube ich, auf diese Waffe jetzt zum Beispiel gar nichts auftragen, oder? War das nicht das? Ach ja, bei diesen Blitz, äh, die hat schon, nee, das ist doch unsere Blutwaffe, oder? Nicht. Warte mal, ey, der ist, guck mal, der findet mich nicht, aber ich finde ihn fest platt. Naja, ich war doch so gut unterwegs. Boah, der, der, Drehschwung. Boah, das ist so gemein, dieser Teppich, äh. Ich, aber ist der Kreis rund? Haben wir uns da mal eigentlich die Geometrie genau angeguckt? Oder ob es da Wege gibt, die besser sind als andere? Auch Teppich. Ich weiß noch nicht genau, woran man erkennen kann, welche Art von Atem es wird, ob Strahl oder Teppich. Weißt du, was ich da jetzt gemein fand? Er macht diesen Teppich, dann lauf ich weg. Dann lauf ich wieder hin, dann macht er wieder den Teppich. Das ist doch nicht in Ordnung. Nee, das ist, das ist eigentlich falsch. Das muss doch irgendeine Form von... Willst du eine gelbe Karte ziehen? Midir, gelbe Karte. Midir. Aufpassen, Freundchen. Sag mal, der Midir, ne? Der ist ja so ein mächtiges Wesen. Ja. Hat er sich selbst einen Namen gegeben oder hat ihn jemand benannt? Nee, solche Wesen werden benannt. Der hat wahrscheinlich einen eigenen Namen in seiner Drachensprache. Aber die sprechen ja nicht mit Worten, sondern mit so Flammenzeichen in der Luft. Das hab ich gemerkt. Und das heißt, er spricht eigentlich mit uns. Also immer diese Art von Flammenteppich und so, das ist eigentlich eine Art von... Oder eine Einladung. Das ist ein Missverständnis. Ja, 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 das kann gut sein. Ich will einfach nur die ganze Zeit sagen, hör auf, um mich zu schlagen, lass uns einen Tee trinken oder so. Und wir verstehen das falsch. Oh, diese klassische Alien-Ding. Kommt zu Besuch und denken so, hey, so eine schöne Atomrakete ist bei uns ein Zeichen von, hey, herzlich willkommen. Ja, ja, ja. So, Missverständnis. Das alte Missverständnis, ne? Wir haben ja im Mittelalter so bei Belagerungen haben die ja manchmal auch so Briefe geschrieben und den Brief dann so um so einen Pfeil gewickelt und dann in die Burg geschossen. Wo ich mir auch dachte, das ist ein sehr missverständliches Zeichen. Ja, absolut. Das ist völlig richtig. Aber vielleicht haben sie ja die Spitze irgendwie gestumpft. So, dass jemand... Kann gut sein, ja. Dass jemand kriegt ihn an den Kopf so, Bomben und er... Oh, oh, shit. Oh, warum? Wickelt diesen Brief aus. Und er liebst da. Ich vermisse dich so sehr. Ich komme nicht durch die dicken Stadtmauern. Aber meine Liebe fliegt hinüber, auch wenn mein Leib es nicht vermag. Und so. Und er freut sich über diesen Brief, aber hat auch eine richtig dicke Beule. Ach, come on, ey. Das ist doch Quatsch. Das habe ich doch schon mal viel besser geschafft. Der Teppich hier brennt. Wie viel Feuer kann so ein Drache speien, bis er irgendwann sagt, ich muss mal nachladen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, damit hat sich noch kein Fantasy-Universum beschäftigt. Wirklich mit dem Ressourcensystem eines Drachens. Also bei einer... Das ist der Strahl. Jetzt kann man ran, jetzt kann man ran. Ja, ich glaube, der bricht ab, wenn man zu nah dran ist. Aber das hast du aber, glaube ich, sehr gut gemacht gerade. Hammer. Oh, Vorsicht. Und hier ist nur der Brüller? Nur der Brüller. Aber jetzt wird er richtig gierig. Hack. Hack. Und Vorsicht. Ja, keine Chance. Wie viel Leben er noch verliert, ne? Ich weiß auch kein... Welcher Brüller... Welcher Atem das jetzt war? War nicht so der Brüller, nein. Ich habe eine Idee. In meiner völligen Verzweiflung. Also wenn wir das das letzte Mal nicht geschafft haben, ich weiß nicht, wie ich das in meinem derzeitigen Zustand schaffen soll. Ich will mal was gucken. Feuerresistenz oder was? Ja, ja, ganz genau. Die hat nämlich 14, das ist doch nicht viel. Feuerhexe. Wieso hat eine Feuerhexe weniger als... Wo ist denn diese hier? Feuer? Tja, 13,8. Ilo Meshaghi. Und die hat 14. Die hat sogar... Das ist ja einfach völlig lächerlich. Wie kann man denn so schlecht sein? Aber unser Schild ist doch... War doch gut gegen Feuer, oder? Nee, ja... Unser Schild ist... Äh... Außeruchregenerativ. Ja, wir brauchen das ja nicht machen. Du hast recht. Hat das sonst irgendwelche Sachen, die besser sind? Gar nichts. Nur das Gewicht, ne? Es ist einfach... Ich meine, das Gewicht, okay. Aber wir haben jetzt hier auch sehr viel da aufgewendet, um das tragen zu können. Die Frage ist... Ey, warte mal. Es gibt doch hier einen Gesamtwert. Äh, wo ist unser Charakter? Feuer... Es muss doch hier irgendwo jetzt ein... Feuer. Ja, ist das... Unser Gesamtwert ist jetzt 138, oder? Verteidigung? Siehst du das? Ja. Absorbierung 26.000, oder 26,9? Kannst du dir das mal eben... Kannst du dir... 138. Und ich merke mir 26,9,9. Okay. Das ist nicht fair verteilt, aber... Und jetzt probiere ich mal. Weil wir haben ja hier, glaube ich, auch... Guck mal, die haben nämlich deutlich weniger. Und wenn ich jetzt stattdessen mal... Deutlich weniger. Das sind 0,2. 3. Ja. Ich mach alles, was uns Hoffnung gibt. Wo sind dann diese... Wir hatten doch so eine neue Rüstung. Was ist die denn? Diese Drachen. Ist es diese hier? Ja. So, die hat nämlich jetzt... Es ist einfach überhaupt kein Unterschied. Okay, ich glaub, das kann ich mir sparen. Ich hatte gehofft, wenn man das gesamte Set anzieht und dafür nicht dann diese Gamaschen anziehen muss, als Kompromiss... Weißt du, was ich mein? Mhm. Das ist dann in der Summe... Ich glaub, wir haben das aber letztes Mal schon uns angeguckt und gemerkt, das ist sinnlos. All diese tausenden Items, die wir über ein Jahr lang gesammelt haben, sind im Endkampf dann doch einfach alle egal. Mhm. Oder wir verstehen es nicht. Aber man könnte zum Beispiel dann vielleicht... Ein Feuerschutzring, ja. Pass auf, ich nehm den einmal raus. Jetzt sind wir bei 75. Gibt es denn... Haben wir... Aber einen Ring, Feuerresistenz haben wir auch nicht, ne? So, es gibt es nicht. Stimmt, wir haben... Ja, ja, ja. Es gibt für alles... Es gibt aber kein Feuerresistenzring. Vielleicht gibt es den, aber wir haben ihn nicht gefunden. Haben wir auch nicht. Was ist das? Mach beim Rollen unsichtbar, das hatten wir auch lange, ne? Ich erinnere mich. Mhm. Ach, das war eine gute Zeit. Schön war die Zeit. So voller Hoffnung. Ja, ich glaub, das... Wahrscheinlich macht das jetzt auch so wirklich nur minimale Unterschiede. Mann, ich hab das Gefühl, da diese Waffen-Buffs, die sind bei so langen Kämpfen auch irgendwie... Also ich wüsste gar nicht, wo ich die da einsetzen soll. Das funktioniert nicht. Er wird Nitz-Boom-Hoffitz trinken für diesen kleinen Schaden. Nee, gar nicht. Da hebst du dir lieber ein Fläschchen auf, als mit vollem TP. Du, wenn ich bei jedem Schaden, den ich nehme, anfangen würde zu trinken, dann hätte ich ein ziemliches Problem. Ja, das ist eine merkwürdige Message von dem Spiel auch, finde ich, irgendwie, dass sich jedes Problem durch Trinken lösen lässt. Nimm mal einen Schluck aus der Pulle. Vielleicht ist es am Ende eine Message. Vielleicht ist es von jemandem, der so jahrelang so vor sich hin siechte und dann irgendwann sagt, ey, es muss ein Ende haben. Ich bündel jetzt meine Sehnsucht nach Heilung, bündel ich in diesem Spiel, verarbeite meine Dämonen. Ich meine, du könntest jetzt zum Beispiel auch einfach ein Buch lesen. Dass du kurz ein Buch, also ein Gedicht liest und dadurch heilst du dich, so dein Seelenheil wird sozusagen wieder... Ey, das wäre super. Statt einer Flask, ein Gedicht. Ja, ein Gedicht kann man auch so oft lesen, wie man will, ne? Ein Fläschchen nur einmal. Nein, ich will nicht das... Ja, das ist der Framstrahl. Alter, wie der... Der ist ja schnell genagt an mir. Oh, ist das der böswillige? Nein, das war... Manni, guck mal, das ist noch eine dritte Art von Atem. Ja. Wie nennen wir den? Den Schweif? Den Schwenker? Ähm, den Schlangschweif? Schlangsch... Den Schlammschweif, ja. Feuerschlange. 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 Ja, auch komisch, ne, dass nur Drachen Feuer spucken können. Das ist so eine coole Fähigkeit eigentlich. Warum gibt's da nicht so einen Igel oder so, der auch noch Feuer spucken kann in der Mythologie oder sowas? Ist es wirklich nur der Drache? Ich glaub, Hydra oder so kann auch nicht Feuer spucken. Ne. Was ist mit Cerberus, diesem, äh, äh, Hundenhund? Ne, der hat einfach nur drei Köpfe. Ist wirklich, sind wirklich Drachen die einzigen, die Feuer spucken können? Ich kann mir vorstellen, dass es mal mehrere Tiere gab und dass, dass ich das irgendwann, äh, ich muss gleich niesen. Warte. Du meinst, du musst gleich niesen? Warte, ich hab ne Technik. Ich rubbel das an meinem Bart und dadurch wird die Sensation so immens. Weg. Ich überlagere dieses Niesgefühl mit Sensation. So, was ich sagen muss. Moment, also du hattest jetzt ein Bedürfnis und hast einfach eine andere Sensation hervorgerufen. Exakt. Und dadurch gerufen und dadurch könntest du es negieren. Ja, ganz genau. Also wenn du Hunger hast, kannst du dich auch stattdessen einfach am Knie kratzen und das überlagert das dann. Ja. Cool. Der Nieskörper ist noch unergründet, hab ich das Gefühl. Ne, der ist eigentlich relativ ergründet. Vielleicht ist es ja bei dir auch so. Vielleicht hast du das einfach noch nicht für dich entdeckt. Ähm, ich wollte was sagen zu deiner Frage. Ach so. Ähm, ich glaub, das ist, ähm, das ist ja oft so in der Menschheit, dass, dass sich Kreativität reduziert sich dann oft auf einen gemeinsamen Nenner so. Auf das, auf das sich alle einigen können. Und das, äh, steht ja der Vielfalt entgegen. So, ne. Zum Beispiel in der Musik ist das ja oft so, da hast du mal den Bob Dylan und dann gibt's so einen Sugarman, der, wo dann gesagt wird, so ey, wir brauchen dich nicht, wir haben ja schon Bob Dylan. So, der klingt, du klingst ja ähnlich, deswegen so. Und dann wird, wird Kreativität eigentlich getötet, weil man ja sagt, okay, diese Nische ist schon besetzt. Und ich glaube, bei Feuerspanien Tieren war das so, da gab's wahrscheinlich etliche und da hat sich die Popkultur einfach auf so einen Drachen reduziert und alles andere wurde in die Bedeutungslosigkeit ignoriert. Und heutzutage spricht keiner mehr von dem Feuerspanien Vogel oder Maulwurf oder Igel, aber die gibt's, irgendwo gibt's die. In den dunklen Ecken der Bibliotheken findet man das noch, die Geschichte des Feuerspanien Wildes. Das ist, du musst den richtig lesen können, das ist wie so ein guter Roman, wo man sich auch anstrengen muss, wo man irgendwie auch nicht viel kriegt, sondern nur so Beschreibungen von einem Vorhang. Über 20 Seiten und du denkst dir, was genau soll er machen? Anleitung, wenn er das macht. Aber was ich mir sehr gut vorstellen könnte, insofern diese Geschichten ist, wenn du, wenn du ein Feuerspanienes Tier hast, zum Beispiel eine Maus, eine Feuerspanien Maus, dass dann jeder in seiner Westentasche eine Feuerspanien Maus hat, völlig normal, so, die als Feuerzeug fungiert. Und wenn du dir irgendwie eine Zigarre anzünden willst oder eine Kerze, dann nimmst du dir die Maus kurz raus, dann gibt es irgendwie so einen Triggerpunkt am Körper, wo dann fängt die an zu speien, wie dieses Patella-Sein. So ein Patella-Sein-Reflex. Und dann macht man sich völlig normal da mit Kerzen an und Zigaretten oder so. Und dann gibt es natürlich immer so ein bisschen, okay, wenn alle so eine Maus haben, dann müssen alle auch irgendwie so ein kleines Säckchen haben mit Körnern für die Maus. Und dann gibt es irgendwie so köttelfeste Taschen, wo man dann immer die Köttel noch so rauskriegen kann und so. Also das muss sich alles natürlich dementsprechend so ein bisschen anpassen. Also du meinst, Feuer ist zu praktisch und deswegen wird es zu sehr domestiziert. Und als Monster braucht man... Ah Mann! Nee, aber wenn es die jetzt gäbe, also wenn es, nehmen wir an, es gäbe diese Feuerspanien Maus, die man dann auch für sich nutzbar machen könnte, dann würde doch die komplette Feuerindustrie anders sein. Weißt du eigentlich gerade in der Frühzeit der Menschheit, wie viel Gehirnschmalz und handwerkliches Geschick darauf verwendet worden ist, das Feuer zu kontrollieren, zu zählen. Ja, das stimmt, ja. Und zwar nicht nur in der Situation, dass du zu Hause in der Höhle bist, sondern irgendwann ja, okay, unterwegs und so weiter. Und dann gibt es ja Situationen, okay, wenn es nass ist, hast du ein Problem. Wenn es geregnet hat, du findest keine trockenen Hölzer irgendwie oder dein Zündhold-Ledersäckchen hat irgendwie, whatever. Und wenn du dann aber von Anfang an eine Maus gehabt hättest, die Menschheit hätte diesen ganzen, dieses ganze Drumherum, diesen ganzen Umweg. Also das heißt, der zivilisatorische Fortschritt wäre sozusagen trivial erschienen, wenn man, wenn es hieß, ja, die hatten damals ja Feuermäuse. Genau. So, und deswegen musst du Feuer was Besonderes machen, damit die Bezwingung des Feuers für den Menschen selber als was Besonderes... Du kannst das Feuer ja nicht lächerlich machen. Ja, ja. Das ist halt, das Feuer ist wow. Ja, ja. Und wenn du dann anfängst, so, ja hier, ich hab mir eine Feuermaus, ja. Ja, okay, das ist eine gute Antwort. Ja, damals haben die Menschen sich viel Mühe gegeben, gutes Feuer zu machen. Heute geben sich Menschen viel Mühe, gute Werbung zu machen. Bitteschön. Moin. Morgen. Sag mal, ich dachte, du hast aufgehört zu rauchen. Ja, ich rauche jetzt Bohnen. Spinnst du? Du rauchst Bohnen, das macht man nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Danke. Leiter, Leiter, Leiter gehen wir runter. Leiter, Leiter, Leiter gehen wir hoch. Leiter, Leiter gehen wir runter. Leiter, Leiter gehen wir hoch. Mann ey, wenn mir dieses Spiel vorbei ist, können wir endlich unser Album rausbringen. Ja, die Leiter-Boys. Leiter geil. Leiter geiles Sound. Immer Leiter, immer höher. So. Leiter geht's. Needs B. Mein Gehirn wird langsam wach. Gehirn. Die Fähigkeiten mischen sich manchmal auch so merkwürdig. Ja, ich bin hier. Warte doch mal. Oh, Achtung vor dem Schatz. Ah. Gehauen. Du bist aber auch so gnadenlos. Mit halber HP fängst du an, Schaden zu machen. Ja, scheißegal. Ich brauche noch einen Kaffee, dann geht's mir besser. Ey, du brauchst einen Kaffee oder vielleicht ein bisschen Unterstützung aus der Komponente. Denn wir haben wieder ganz viele Sachen geschickt bekommen. So. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Paket hier, das wir vor einiger Zeit bekommen haben. Schön stilecht auch mit individualisierter Aufmachung hier mit dabei. Und jetzt lag vor kurzem ein weiteres Paket im Briefkasten. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, da gibt's eine gewisse Ähnlichkeit. Ihr erinnert euch noch an dieses Paket. Da waren die etwas für uns exotisch anwirkenden russischen Süßigkeiten drin, die wir natürlich alle genossen haben. Und jetzt kommt das nächste Paket. Ich möchte, bevor du dich drauf stürzt, einmal die Weiterentwicklung des Paketes auch in den Vordergrund stellen. Denn das ist jetzt Gold. Auch das Verschlusspapier wirkt golden. Ich weiß nicht, ob das, das ist wahrscheinlich durchsichtig und das goldene Kästchen scheint hindurch. Aber das sieht aus wie eine Goldbanderole. So, und jetzt ganz kurz, Hilfe mal. Wir haben hier noch einen kleinen Hinweis. Und zwar heißt es hier, Absender, euer treuer Zuschauer aus Wilhelmshaven, Doppelpunkt, und dann Investigativ. Ja, das ist auf jeden Fall. Investigativ. Ist das ein Ort, ein journalistisch interessanter Ort an der russischen Grenze? Also, ich würde es anders aussprechen. Ich würde es Investigativ. Also, das ist, glaube ich, schon auch ein Hinweis, das ist irgendwas Russisches oder so. Die ist schon geöffnet, die Box. Ach nee. Wo? Warte mal. Die Box war mal verschlossen, dann wurde sie geöffnet und jetzt ist sie wieder verschlossen mit durchsichtigem Tesafilm. Okay, warte mal. Moment mal, hier ist doch... Glaubst du, die war verschlossen und er hat gesagt, ach verdammt nochmal, da fehlt noch was, ich habe noch was reingetan. Ja, entweder er oder hier jemand aus dem Hause. Das kann auch sein, dass es schon gelootet wurde. Dass die Regie hat schon irgendwie in der Redaktion rum erzählt, so, pass auf, da kommt irgendwie was und dann haben die sich darüber hergemacht. Vielleicht waren da gar keine russischen Süßigkeiten drin. Oh, okay. Und die Redaktion hat die einfach ausgetauscht. Der nächste Brief. Ich grüße euch, Asche, Ritter, Florentin und Nils. Ich bin der Verantwortliche hinter dem absenderlosen Paket. Wie es passieren konnte, dass der Aufkleber abhandengekommen ist, ist mir wahrlich unerklärlich. Unerklärlich. Das ist das erste Paket mit den Süßigkeiten. Strategisch sehr ungeschickt war es offenbar zudem, die beigefügten Briefe an euch beide in Umschläge zu packen, welche dieselbe Farbe wie das Paket haben, sowie die Dinger auf Hälfte der Süßigkeiten einzugraben. Werden die beiden schon finden? Gar kein Problem, dachte ich mir dann noch. Da habe ich falsch gedacht. Ups. Also sehr gut. Gib mir mal das andere Paket, bitte. Das würde nun auch gar nicht mit jeder weiteren Folge an meinem Nervenkostüm nagen, würde Florentin nicht weiterhin mit jedem neuen Fanpaket in seiner Hoffnung, endlich seine heißgeliebten Lakritz-Pinguine zu bekommen, enttäuscht werden. Derweil ich die Antwort, warum dem so ist, bis es der Teil bereits kenne und diese in dem absenderlosen Paket zum Greifen nahe bereitlieb. Moment mal, es gibt einen Hinweis, warum es die Zitronen-Pinguine nicht mehr gibt. Anscheinend haben wir hier was. Eigentlich wollte ich nun euch einen simplen Briefumschlag zuschicken, doch dann begegnete mir während eines Einkaufs am Wochenende gleich zwei Dinge, bei denen ich sofort an euch denken musste und nicht anders konnte, als sie mitzunehmen. Der Drachenglut-Tee sowie die Trolli-Pinguine. Ich hoffe, es schmeckt und die Glückskekse sind euch wohlgesonnen und nein, ich bin euch nicht böse, weil mein First Try ever, ein Care-Paket loszuschicken, ziemlich daneben gegangen ist. Viel Spaß beim Boss-Fight gegen Dunkelfresser-Media, falls nicht schon passiert. Keine Angst. Und ein Traure nicht, dass du sie nicht mehr essen kannst, sondern sei dankbar, dass du sie einst genießen durftest. An Florentin. Euer treuer Zuschauer und Datenschutz-Freak aus Wilhelmshaven. Investigativ. Gut, vielen Dank. Also hier haben wir einerseits, hier sieht man es schon, der Glut der Drachen. Jetzt sag mir du mal ganz kurz, in einem Tee, der Glut der Drachen heißt, was ist da drin? Was ist das für eine Art von Tee? Auf jeden Fall was Würziges. Was ist denn würzig? Zimt vielleicht. Was tut man oft in Tees, in heißes Wasser, was für eine würzige Notart? Ja, Koriander. Wenn man krank ist? Ingwer. Genau, Ingwer. Ja, sehr gut. Und was noch? Was passt noch zu Feuer, Rot, Feurig? Chili? Paprika? Nee, 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 Tee. Paprika-Tee. Was ist die feurigste Frucht, die die Natur kennt? Ähm, das ist die Drachenfrucht. Genau, die Johannisbeere. Und deswegen haben wir einen tollen Tee. Die Johannisbeere? Johannisbeere Ingwer. Findest du nicht, dass deine Hinweise so leicht irreführend waren? Die Johannisbeere? So, und wir haben einerseits die Lakritzparade, vielen Dank, und die Trolli-Pinguin. Ping-Gummi. 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 Ey, ganz kurz. Bevor du weitermachst. Wo ich sagen möchte, das ist natürlich toll, ich bin lange auf der Suche nach der Pinguine. Und es scheint hier auch schwarze Pinguine zu geben mit einem Lakritzanhauch. Aber ich bin weiter noch auf der Suche nach den Haribo-Zitrone-Lakritz-Pinguinen. Und ein Glückskekskrieg. Bevor du jetzt, ich möchte mal was sagen. Hier steht Früchtetee mit Ingwer, O-Long-Tee und, jetzt hör auf, hör zu, Drachenfrucht. Und ich hab gesagt Drachenfrucht. Tatsächlich. Da steht Drachenfrucht. Aber da auf der Banderole steht Johannisbeere Ingwer. Ja, aber ich sag Drachenfrucht, du sagst falsch, und jetzt hab ich aber recht gehabt. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir neu aufzeichnen. So, jetzt haben wir noch Glückskekse, die uns wahrscheinlich die Zukunft sagen, wie dieser Bosskampf mir die ablaufen ist. Lieber Glückskeks, sag mir, werden wir es jemals schaffen, mit dir zu töten? Steht bei dir? Betrachte Dinge nicht als Selbstverständlichkeit. Okay. Lieber Glückskeks, werden wir es schaffen, mit dir zu legen? Teilen bedeutet nicht halbieren, sondern verdoppeln. Betrachte Dinge nicht als Selbstverständlichkeit. Teilen heißt nicht halbieren, sondern verdoppeln. Also, teilen, das bedeutet also, wenn man einen Schlag austeilt, dann müsste man zweimal schlagen. Also, weil der doppelte Schlag, also zweimal schlagen statt einmal, bedeutet quasi, dass man vielleicht, wenn er sich ausgetobt hat, immer zwei Schläge. Also immer zwei Schläge. Immer zwei Schläge und dann stopp. Betrachte Dinge nicht als Selbstverständlichkeit. Heißt ja auch, dass alles auch anders sein könnte. Ja, also diese Abläufe des Drachen ändern sich stetig. Ja, aber man darf auch nicht in festgefallenen Mustern feststecken, sondern man muss es immer wieder neu betrachten. Nicht, dass es so, ja, das macht man halt so selbstverständlich. Man muss immer wieder neu hinterfragen, das ewige Kind. Jeden Kampf als... Nein! Auch das ist es nicht selbstverständlich, dass die Leiter dich auffängt. Ja. Weißt du was? In der Halbzeitpause mache ich uns mal hier so einen Drachenblut-Tee. Was hältst du denn davon? Oh, das finde ich richtig gut. Ich mag echt Glückskekse. Ich weiß nicht, warum man da nicht mehr draus macht. Also diese Art von Keks oder Teig. Warum das immer nur so ein... Also warum kann man daraus nicht einen Kuchen machen? So aus dieser Art Teig oder Keks. Irgendwie, keine Ahnung. Immer wenn ich in einem asiatischen Restaurant bin, denke ich mir so, wo ist das geile Dessert? Wo ist das Tiramisu? So, wo du einfach dir denkst, ah geil, Pizza, Pasta, Scampi, ähm, Minestrone und dann nochmal ein geiles Tiramisu. Und so, da hast du immer so diesen Glückskeks, der ist auch okay, aber es ist halt nur einer. So, warum kann man nicht diese Art von Keks irgendwie in, ich denke an Schichten, ich denke an eine Glückslasagne oder sowas. Ja, vermutlich, weil erstmal die Nachricht, die da drin steckt, dann ja völlig in den Hintergrund rückt. Ja, das stimmt. Gut, und du kannst natürlich auch ein kleines Booklet oder so ein Flyer oder sowas reintun. Einfach mehr Platz ist. Man kann ja, was hältst du davon? Ein Scrabble-Glückskeks-Spiel. Und in jedem Glückskeks ist ein Buchstabe. Und das finde ich gut. Eine Schüssel und dann ziehst du immer die Glückskekse und wenn du einen neuen Buchstaben willst, musst du einen neuen Glückskeks ziehen. Kann man natürlich dann nicht so oft spielen, da sind wir irgendwann alle, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal so eine Art Glückskeks-Backmaschine. Gibt es sowas schon? Das wird zu Hause zum selber machen. Das wäre doch super, wenn man dann seinen liebsten eigene Messages schreiben kann. Ich glaube, Glückskeks ist so die eine Sache, die du nicht selber machen willst. Nee, aber wieso? Du kannst doch da, dann schreibst du zu Silvester oder so, schmeißt da jeder so Glückskeks-Messages rein und dann kannst du sowas machen wie, hey, mehr im Haushalt machen ist gut für die innere Glückseligkeit oder so. Einfach so geheime Wünsche vielleicht auch so. Hey, ich würde mir wünschen. Ich hätte mal einen Glückskeks, auf dem stand, alle deine Träume werden in Erfüllung gehen. Wo ich mir dachte, wow. Auch die Albträume? Das war so, okay, ich habe gewonnen. Ich habe Glückskeks durchgespielt einfach. Weil das, besser kann es ja nicht werden. Ich stelle mir das so vor, früher war das mal so eine richtig so, so eine ganz mystische Angelegenheit. Und irgendwann ist das so industriell geworden. Das heißt, es gibt riesige Glückskeks-Fabriken, wo die, wo es dann so, also unterteilt ist in die Glückskeks-Bäcker, die Glückskeks-Aussortierer und so weiter. Und dann gibt es auch Glückskeks-Spruch-Entwickler. Und die sitzen da mit Sicherheit irgendwann auch völlig so mit Burnout und schreibe ich da jetzt heute noch rein. Oh, go fuck yourself. Und dann, die werden immer dümmer und immer absurder, weil die einfach, ist das nicht die Konsequenz, wenn man den ganzen Tag irgendwie, ist doch so, als wenn man den ganzen Tag gegen Media kämpft. Irgendwann sagst du da auch, komm, leck mich, ich schreib da jetzt, ich habe einen schlechten Tag, ich schreib da jetzt rein, ey, date bloß nicht irgendwie Annegretel, da hast du keinen Spaß mit. Alter, die ist es flammelig. So würde ich das machen. Es ist ja die Frage, ob es auch sozusagen Nieten gibt bei Glückskeks, ne, wie diese Bärtenbox-Bohnen. Mhm. Meinst du, es gibt so Leute, es gibt ja auch so Leute, die aus irgendwelchen Sternenkonstellationen und so weiter Lebensleitfäden spinnen, ob es Leute gibt, die auch so Glückskekse ähnlich ernst nehmen, wie zum Beispiel Sternzeichen oder so? Ist ja auch bloß, bloß sich an den Mittwoch einen Glückskeks öffnen. Du veränderst dich zu schnell. Ich erkenne dich nicht wieder, lieber Midir. Gestern dachte ich noch, ich wär dein bester Freund, doch heute ist es alles anders. Jeden Tag ein neuer Mensch. Ich kann mich nicht so schnell verändern, wie du mit mir fliegst, oh lieber Midir. Jeder Kampf ist anders. Ah, das ist ein richtig schöner, wer könnte dieses Lied, welcher deutsche Interpret oder Interpreten könnte dieses Lied singen? Smudo. Nein, aber so wirklich sowas wie Annette Louisan oder sowas. Oh ja. Ja, 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 ich weiß, wie du meinst. Annette Lysian. 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 Lüxian. Annette Lüxian. So ist der Name entstanden, Annette Lüxian. Mama, was soll ich denn jetzt Annette Lüxian einfach an? Was ist das Problem? Ja, du zuerst. Was ist das Problem an diesem Kampf? Gut, es gibt nahe liegende Problemfelder. Weit weg, nah dran. Weit weg, nah dran. Was haben wir im Auge eigentlich? Guck mal, da ist doch noch was hellblaues. Was denn? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, ne? Immer nur diese Rüstung. Weit weg, mach dran. Und runter. Oh, Geschwindigkeitsrausch. Ach, Nils. Alles ist mit Drachen gerade, ne? Hab ich das Gefühl. House of Dragon, das neue WoW Add on Dragonflight. Dann, ähm, hier gibt's ständig Drachen. Drachen Tee. Ja, Drachen. Das ist immer das beliebteste Wesen der Welt. Der hat gerade einen richtig guten Lauf, der Drache, ja. Ja, der hat jetzt vier Gliedmaßen plus Flügel. Der hat sogar, der hat sogar vier Flügel, oder? Das ist ja eigentlich eine Spinne. Der hat vier Flügel und vier Beine. Ich bin gerade noch in Kommen, die letzte. Oder ist der wie so eine Drohne, dass der so in der Luft schweben kann mit seinen vier Flügeln? Ehrlich, da hat der ja gar nicht wirklich Flügel, das sind ja einfach, was ist das? So Antennen, oder was? Ja, die sind doch völlig, das ist doch keine Aerodynamik, die der zu bieten hat. Ja, der kann fliegen schon, aber vielleicht sind es so gute oder so, die er zum Steuern braucht. Aber das ist doch schwach so was. Die Attacke habe ich noch nicht ganz gecheckt. Ich glaube, da kann man hinter ihm laufen, oder? Weil das macht er im Gegensatz zu dem Flammenteppich nur vor sich. Ja, das ist einfach Inferno. Vergiss es. Ich glaube, das hat noch nie jemand geschafft, da keinen Schaden zu kriegen. Ah, ich hatte ihn doch! Hau drauf! Jetzt habe ich ja eine Schnauze voll. Ja, trink ihm ins Gesicht! Trink ihm ins Gesicht! Trink ihm ins Gesicht! Oh, ich habe auch, glaube ich, drei Flakons gelutscht. Weil ich mich an der Nase gekratzt habe. Du hast den Sensations nicht in der Kontrolle. Ich weiß gar nicht, wie der Strahl funktioniert. Ich glaube, der macht nur, dass danach die Flammen entstehen. Ja, der Ansturm ist gemein. Oh Gott, wenn sie eine Schwanzattacken haben. Okay, das war's. Okay, jetzt brille ich mich leider. Ich nenne das ja immer die Heilfalle. Wo du immer wieder dich heilen musst, wenn du zu nichts anderem mehr kommst. Sehr gut, sehr gut. Das solltest du ja patentieren lassen. Ja, danke schön. Ich echt gut. Können wir da ein T-Shirt drucken oder so? Äh, nee, einen Tee habe. Geschmacksrichtung Heilefalle. Ich finde ja eh, Dark Souls sollte aus diesem Estus-Ding viel mehr machen. Da eine Orangenlimo anbieten, einen Tee, einen Hustensaft oder irgendwie sowas. Stell dir das mal vor, was sie da verschwenden an Merchandise-Potenzial. Warum vermarkten die das nicht richtig? Ich verstehe es nicht. Wo ist die Bettdecke? Oh Mann, ey, ich verstehe es einfach nicht. Wo sind die Endboss-Kuscheltiere? Wo ist der Zwiebelritter-Kostüm? Karneval oder so. Da würden doch alle lachen auf der Karnevalsparty, wenn man da so als Zwiebelritter auftaucht. Auch Leute, die den Charakter nicht kennen. Das sieht witzig aus, das ist irgendwie interessant. Kommt man ins Gespräch und dann kann man eh die ganze Karnevalsparty über Dark Souls reden, was man eh wollte. Ja. Das ist eigentlich der Grund, warum Kostüme überhaupt existieren. Damit du zu dem einzigen Alf auf eine Party gehen kannst, um einfach den ganzen Abend über Alf zu reden. Ja, genau. Ist doch perfekt. Und dann stellt sich raus, der hatte sein Kostüm vergessen und irgendwie ein Kumpel hat ihm ein Kostüm geliehen und er kennt Alf nicht mal. Und er ist total genervt und erzählt allen, wie nervig du bist und du denkst, du hast eine gute Zeit gehabt und dann wirst du aber nicht wieder eingeladen. Alles nur, weil der ein Alf-Kostüm hatte. Strahl. Strahl! Wenn du ihn jetzt legst, schenke ich dir zwei Euro in bar oder Pepper-Überweisung, was dir lieber ist. Strahl! Ich glaube, der Strahl, den muss man gar nicht so galant ausweichen, wie wir das immer machen. Weil der hat auch eine Tiefendimension. Strahlig? Ja, aber so schadet ja nix, ne? Ach komm, ey, warum ist das so schnell? Mir dir, mir dir, mir dir. Was mach ich nur mit dir? Was ich vorhin sagen wollte, ne? Diese ganzen wunderschönen Lieder. Ich hätte gern, wenn ich reich wäre, dann würde ich mir so eine Annette Lucian quasi fest anstellen und würde jedes bescheuerte Lied, was aus meinem Hirn so rausfließt, würde ich von ihr singen lassen. Ja. Und sie würde, jede Woche würde sie ein komplettes Album rausbringen, nur mit solchen Liedern wie mit der Leiter und so. Ähm. Nur einfach, weil ich Bock drauf hab. Du singst ihr das dann vor und sie muss das dann selber nachfragen. Ja, ich kann ja nicht singen. Also so grob versuche ich ihr das irgendwie. Ja genau, ich frag mich, wie funktioniert denn die Kommunikation zwischen euch beiden? Ja, also sie muss natürlich, irgendwann kennt sie einen ja auch und weiß ja, was man will. Das ist ja wie mit einem guten Haushälter oder so, denn so wie der von Bruce Wayne hier. Oswald Patterson, wie heißt der noch? Alfred. 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 Alfredo. Alfredo. Ich hab eine Italienerin, ich heiße jetzt Alfredo. Gib mir doch mal ein Sekündchen. Gib mir doch ein Sekündchen. Der atmet die ganze Zeit Feuer und ich darf nicht mal Luft atmen, das ist doch auch gemein. Das ist auch schon ein Lied. Ich glaube, alles, was in irgendeiner Form Leidenschaft beherbergt, hat ein Potenzial für ein Lied. Ich glaube, das liegt daran, dass Gefühle meistens in Liedern verarbeitet werden. Gibt es ein Gefühl, für das es kein Lied gibt? Hunger. Hunger? Ich habe Hunger, 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 keine Wurst. Ich glaube, man kann die Strahlen besser nutzen. Zitat. Die Solarindustrie. Mann! Das ist aber auch echt todesmutig. Wo soll man da hinrollen? Ich würde schon mehr Wahnsinn. Ist das der Strahl oder der Teppich? Teppich. So, ich glaube, hier kann man nämlich nah ran. Zack! Ins Gesicht. Hammergeil. Das ist... Das ist gar nicht, was das war gerade. Aber du lebst. Das ist... Ah, nee! Mann, warum ist es immer unterschiedlich, wie oft er das macht? Mensch, er bietet einem wirklich sein Gesicht an, um reinzuschlagen. Wir machen auch wahrlich nicht viel Schaden. Oh, das war ein guter Rollmeister. Ist das der Stra... Nee, ist der Teppich. Mann, hör auf zu wackeln! Jedes Foto von dem ist unscharf! Fuck, ey! Ich meine, der sieht eigentlich echt geil aus. Oh Mann, ey, vor allem... Wie lange hat das gedauert? Sieben Minuten für ein Viertel. Selbst wenn ich den schaffen sollte, dauert das eine halbe Stunde. So viel Zeit habe ich nicht. Ich muss los, ich muss aufs Amt. Ich muss Briefwagen kaufen. Ich muss mir Sachen abstempeln lassen. Ich muss die Parkuhr einstellen. Ich muss die Formulare ausfüllen. Leute, ich habe auch noch ein Leben außerhalb dieser Katakomben. Ja. Du hast jetzt deine Rapper-Persona angenommen, MC Icebär. Und bist jetzt hier gerade zurück von den Polarkappen. Bin zurück von den Polarkappen. Bin nur hier, um dich zu dissen, du Lappen. Ich bin aufgewachsen auf einer kalten Scholle. Im Internet disse ich die Trolle. Sorry, du hast gesagt, ich soll deine Texte schreiben, wenn du unzufrieden bist. Du kannst nicht immer sagen, Florian, schreib mir Lyrics und dann immer unzufrieden sein. Du bist jetzt bei Trolle? Dann hör doch einfach auf, mich zu fragen, wenn dir mein Material nicht gefällt. Wo ich herkomme, schneid's ganz oft wie bei Frau Holle. Okay, und weiter? Bin aufgewachsen auf einer kalten Scholle. Ich verstehe, okay. Ja, ich disse die Trolle. Ja. Und zack. Äh, genau, Holle. Und jetzt, ähm... Hab keine Heimat wegen Klimaerwärmung. Okay, das ist jetzt ein ganz anderes Reim. Ähm, ja. Aber da könnt ihr jetzt so ein Doppelreim, sagt man. Ja, Kreuzreim oder Wandel. Also, okay, auf. Wärmung. Soll er doch zu mir kommen, mir doch egal. Wärmung. Wärmung. Wärmung? Wärmung, entbehrung, genau. Wärmung. Klimaerwärmung. Entbehrmung. Ähm, lame ist keine Wärmung. Entbehrmung. Wäre es einzig auf Klima. Äh, prima. Prima Entbehrung. Dein Gesicht ist eine Prima Entbehrung. So, verstehst du, weil es nicht prima ist. Ja. Also, da liegt ein Buckel bei. Hab keine Heimat wegen Klimaerwärmung. Dein Gesicht ist eine Prima Entbehrung. Ähm, du wärst reich, doch leider ist Dummheit keine Währung. Stark. Ist mega gut. Du wärst reich, wär Klima... Wär Dummheit eine Währung. Ja, ja, ja. Fällt mir richtig gut. Ich will gar nicht sagen, MCI's Bass hat eine Zunge. Yes. Wir werden Rappies. Death Rappers. Oh, die sagen, das ist ein Matschgeräusch eben, hast du gehört. Ja, ja. So als letztes wirklich... Fast schon Timing gehabt, schon komödiantisches. Ich mach uns gleich einen Drachentee. Hast du gesehen? Nö. Ich überlege nur, Pinguin, was kann man machen? Ich denke, was? Pinguin, was kann man machen? Was reimt sich auf Pinguin? Linguin? Linguine. Linguini. Linguin... Boah, Mann, deswegen bin ich kein Freestyle-Rapper, weil ich hätte immer Angst, dass ich irgendein Wortsack, das absolut eine Reimsackgasse ist. Wo man einfach nicht mehr weiterkommt, wie Pinguin. Ja. Commander Keen. Ich bin so gut angezogen wie ein Pinguin. Ich lebte immer in Wien und sowas. Ich bin halt Pinguin. Ja. Und ich ging nach Wien. Pinguin ging nach Wien. Ja. Ach, keine Ahnung. Rappen ist so schwer, Leute. Ich glaube, viele von euch haben da gar kein Gefühl dafür. Ja, deswegen sind viele Leute ja nicht Rapper. Ich glaube, jeder, der es fühlen würde, der automatisch wäre auch Rapper geworden. Und ich meine, Freestyler, die haben ja, das ist ja auch so ein Irrglaube, die rappen ja nicht alles Freestyle, sondern sie sitzen zu Hause, denken sich irgendwas aus und sagen sich, okay, bei nächster Gelegenheit wende ich das an. Und dann, ich glaube nicht, dass alle wirklich so einen Ehrenkodex haben und sagen, okay, ich bin wirklich jetzt immer ein Freestyler. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, wie viel davon wirklich Freestyle ist. Es gibt ja manchmal so Situationen, wo die vielleicht auf irgendwas eingehen. Also, wo man auf einen Diss oder so konkret antworten muss. Dann ist es wahrscheinlich, aber auch selbst da haben die ja schon auf jedes Wort, weil du bist ja nicht mal so nebenbei Freestyler, sondern das sind ja Leute, die sitzen im Bus oder auf dem Klo und die ganze Zeit denken, die in Reimen und so weiter. Das ist ja auch was ganz anderes. Wie soll man dem entgehen? Wie soll man dem entgehen? Was kann man da machen? Stehen und schlagen. Nicht so viel versagen. Das schlägt mir auf den Magen. Teppich oder Strahl. Teppich oder Strahl. Sagst du mir, beides eine Qual. Oh, oh. Schlag ihm ins Gesicht. Starke Leistung. Nochmal. Finde ich gut. Du musst immer nur wissen, was passiert, bevor es passiert. Ich schüttel den Tee für uns. Bestrahl. Oder Teppich. Nee, Teppich. Du machst das. Du nutzt meine Kämpfe, nutzt du einfach zur Analyse. Okay. Und dann haust du ihn einfach um. Nein, du haust ihn auch um. Ich gönne dir das. Nee, mach jetzt nicht den Kapitulations-Neals. Mach ich nicht. Aber ich bin Support-Neals. Ich sehe, okay, du bist einfach geistig gerade viel frischer. Du bist viel bissiger und analytischer. Analytischer und du machst das. Wie er sich den, guck mal, er bietet ihn uns richtig an, diesen Kopf. So. Was kann man jetzt hier machen? Ja, okay, das ist gut. Das ist der Strahl. Der hätte man einfach ihm richtig geben können, ne? Wenn er den macht. Oh Gott, das ist so früh. Das ist der Teppich? Ja. Der kann doch nicht mehr fliegen. Das ist doch komplett da. Was ist denn das? Dieses vertrocknete, verdörrte Flügelhäutchen, was er dann noch zwischen seinen komischen ... Der kann doch nicht fliegen. Also, der fliegt nicht ... Also, wenn der fliegt, fliegt er mit Magie. Und wenn er mit Magie fliegt, braucht er seine Flügel nicht. Aber das ist so rein ... Von der Aerodynamik, der hat doch ... Sorry, da sind so viele Löcher drin. Der kann nicht mehr fliegen. Nils, das war er, ne? Das wär's gewesen. Du hast nur vier Flasses gehabt. Die tausend. Juhu! Die tausend ... Die tausend Tode sind vorbei. Die tausend Tode sind ... Ja, danke, 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 danke. Juhu! Ja, das ... Ja, das war lange heißen. Bringt den Champagner rein. Tausend mal. Tausend Tode. Und jetzt will ich aber den Zusammenschnitt sehen. Punk-Dame, let's go. Jetzt einfach so eine Sekunde pro Tod. Bam, 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 bam. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Nils. Ja, ihr schaut uns jetzt schon seit fast einem Jahr zu. In dieser Zeit ist viel passiert. Viele Bosse sind gefallen. Und auch wir sind oft gestorben. Jetzt ist es soweit. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Jubiläum Tausend Tode. Und ich möchte euch jetzt diesen Mann vorstellen, der den tausendsten Tod für sich zu verantworten hat. Er ist es nicht irgendjemand. Das ist ein Mann, mit dem ich seit vielen Monaten an diesem Tisch sitze, Seite an Seite. Und ich kämpfe mit ihm gemeinsam. Und ich möchte jetzt das Wort übergeben. Herzlichen Glückwunsch, Florentin, zum tausendsten Tod. Ja, vielen Dank, Nils. Es ist mir natürlich eine große Ehre. Wie heißt es so schön in der großen Weltliteratur? Ein Niedermensch stirbt tausend Tode. Und heute haben wir unseren Tausendsten gestorben. Und natürlich, der Mensch muss mit dem Tod sich irgendwie arrangieren. Das ist die Lebensaufgabe eines jeden Menschen. Und diese tausend Male, die wir schon in den Abgrund geblickt haben, die helfen uns dabei. Wie geht es weiter nach dem Tod? Eine Frage, die wahrscheinlich jeden Menschen umgetrieben hat und sämtliche Weltreligionen der Welt auch schon zu beantworten versucht haben. Doch die einzige Antwort, die wir gefunden haben, heißt, es geht weiter mit dem tausendsten Tod. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Florentin und MCI SPR. Viel Spaß. Müssen wir es wieder zurückbringen? Okay, warte. So. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Wir machen aber nicht die 2000 voll hier an den Boss. Das ist doch jetzt Quatsch. Wie viele Stellen hat der Counter? Habt ihr fünf Stellen? Oh Gott, wir haben den Millennium-Bug. Okay. Das Spiel ist vorbei bei 9999 Toten. Auf die 10.000 können wir nicht gehen. Tausend Tode. Ich bin tausendmal getodet. Tausendmal bin ich respawned. Tausend und einmal. Und dann nicht mehr. Aber man sagt doch dieses Sprichwort. Ich bin tausend Tode gestorben. Ja. Das ist zum ersten Mal vermutlich, dass das irgendwie passt. Das ist halt irgendwo tatsächlich stimmt. Ja. Das wurde irgendwann mal erfunden. Aha. Aha. Tausend Tode. Wie war Dark Souls durch? Ich bin tausend Tode gestorben. Ich bin tausend Tode gestorben. So. Jetzt hau ihn um. Weißt du, was ich... Jetzt hau ihn um. Siehst du, dass mein Monitor einen ganz seltsamen Winkel hat? Und die ganze Zeit... Jetzt sind wir schon in dem Teil. Na, ich... Wo jetzt irgendwelche technischen Rahmenbedingungen verurteilt werden. Mein Stuhl war die ganze Zeit zu tief. Jetzt... Das ist der Gegner? Wo sieht der aus? Und das ist ja ein Drache. Das ist ja ein Drache. Okay. Was macht der jetzt? Spucki-Spuck oder was? Oh. Der ist einfach so gnadenlos. Von der ersten Sekunde an. So. Kein Aufbau. Kein Crescendo. Sondern einfach... Nein, es kommt hier dieser Flamme. Teppich oder was? Oder? Nee, überhaupt nicht. Oder was anderes. Oh, Scheiß, ey. Ich glaube, man muss in den Kreis reinrollen, wenn der diesen Schwinger macht. Das hätte ich sehen können. Der diese... Ja. Auf den Kreismittelpunkt zu. Das ist ja unnötig, den man es nicht mal sieht. Wir haben nur gesehen, er geht hoch und mit abgedackert. Klar, irgendwann kennst du halt die Körpersprache so gut, dass du ohne schon das, was gesagt wird, verstehst, was los ist. Ja, das ist so gemein. Ich bin auch wirklich zeitig abgedackert, oder? Ja, ja, das war ein zeitiges Abdackeln, absolut. Ist das der Name deines ersten Albums, zeitiges Abdackeln? Weil so die Story von MC Ice Bear ist ja, dass du aus der Antarktis kommst, aber jetzt hier auf den Straßen Frankfurts bist. Und jetzt hier so ein bisschen die Szene aufmischen. Ey, ähm... Das war der Schwenker, glaube ich. Aber ich hab überlegt, ob rappende Zahnärzte die Szene aufmischen können. Dann rappende Zahnärzte? Ja. Ach, keine Ahnung, ich hau ihn über gegen den Fuß. Ah, Mann! Wie du einfach jetzt auch schon mehr Schaden gemacht hast, als ich in allen meinen 50-Minuten-Kämpfen da. Du bist einfach ein aggressiver, du bist einfach so ein Wadenbeißer, du beißt dich einfach rein, du beißt dich fest, du bist wie so eine Bohrmaschine, wie so ein Schlagbohrer, der einfach so nicht nur dreht, sondern auch gleichzeitig schlägt. Also bam, 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 einfach so richtig reinpresst, wie so ein richtiger Bohrer, wie so ein Ölfracking, wo du so ein Loch bohrst und dann kommt da noch Sprengstoff rein und dann bam, und dann einfach immer tiefer, so in die Wunde rein einfach so, mit der Säge in die Wunde rein einfach so bist du einfach. Du bist wirklich wie so ein Bohrer und dann bin ich noch so richtig mit der Lava rein und dann Sprengstoff und dann nochmal so richtig mit 1000 Nadeln dran und du bist einfach, ich bin da eher wie so ein zartes Streichen. Eigentlich müsste man da mal so einen Bossbaum malen, ne? Wirklich so, welche Aktion führt zu welcher? Autsch. Da kam ich nicht mehr raus aus der Nummer 1. Oh, da war irgendwas fieses. Weg, 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 weg. Das sah mir nicht gesund aus. Scheiße, jetzt habe ich Angst. No, 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 so was wieder. Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon mal letzte Folge. Ich muss da irgendwann auch nochmal die Möglichkeit bekommen, irgendwas zu machen. Nein, das ist so gemein. Ich komme, wie soll ich denn da noch wegkommen? Nein! 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 Ich hab nix mehr! Nein! Nein, was fieses? Wie fucking gut das war. Okay, Nils Bohmhoff ist offiziell wach. Er ist offiziell aufgewacht. Ey, das war der mit Abstand, Abstand, beste Try, den wir je hatten bei dem Boss. Alter, wie der einfach, einfach, der einfach mal angenielst wird. Wie der einfach mal so aus dem Nichts angenielst wird. Ja, das war in der Tat jetzt, äh, wie lang, wie lang ging das? Nicht so lang. Halb so lang wie meine Versuche einfach. Aber du findest immer auch wieder die Fenster und Damage rein und geil. Ja, man muss ihn ja auch irgendwie mal treffen, sonst... Genau wie du sagst, je länger der Kampf geht, desto mehr Optionen hast du ja auch, Schaden zu nehmen. Und wenn du dann... Man muss auch irgendwie mal in die Offensive gehen. Das war wirklich beeindruckend. Muss ich echt sagen. Also, da bin ich ein bisschen Fan von dir geworden gerade. Aber ich hab mir keine Flasks mehr gehabt, ey. Und das ist jedes Mal diese Feuerscheiße. Das war, ich glaub, wie oft war das? Viermal? Dass ich, ähm, gesehen hab, okay, er... Ja, aber letzten Endes, das macht halt ein Viertel Schaden und das heilst du weg. Das ist alles so wild. Du verbrauchst halt jedes Mal eine Flask. Und wir haben halt nur elf. Mann, ey. Die Kacke ist... Ich glaub, man kann in dem Spiel 15 Flasks oder irgend sowas bekommen. Weiß ich's nicht. Ich glaub, 15. Und die haben wie viel? Elf? Das heißt, wir haben... Wo sind die überhaupt noch alle? Eigentlich ist es ein erhöhter Schwierigkeitsgrad, wenn man nur mit elf Flasks spielt. Wir spielen's eigentlich aufs... Oh Gott. Sehr gut. Hammer. Ey, das ist der neue Florentin. Der aktive. Oh, den mag ich, den neuen Florentin. Ja, alter Schwede. Zehn Flasks und hast ihm schon ein Fünftel runtergeballert. Den mag ich. Den will ich auch wieder sehen. Haken. Еще mal. Verbotter. Steх Propel. Verbotter. Geht. Verein. Geht. Geht. Verbotter. Was? Nein! Ich seh nichts die ganze Zeit. Ey, das war die Flügelspitze. Die fucking Flügelspitze. Mann. Das war so gut. Du warst richtig gut drin. Shit, ey. Die Flügelspitze. Du warst ja gar nicht mehr in seinem... Das ist so gefährlich, weil der macht diesen Flammenschwinger und danach greift er direkt an, aber man kann es nicht sehen, weil die Flammen im Weg sind. Da muss man echt immer so ein bisschen sich durchdrücken einfach. Einfach irgendwo reindrücken und hoffen, dass es klappt. Das war gerade pure Verarsche, weil der war mit seiner Nase da irgendwo rechts und dann hat er dich mit dem Flügel war er so und hier vorne mit dem Flügelknochen hat er dich irgendwie noch so gestreift. Obwohl du schon eigentlich ganz woanders warst. Ja, ich meine, der hat schon eine gelbe Karte. So ist es nicht. Also der ist angezählt. Ich weiß nicht, warum er sich sowas jetzt noch leistet. Das war aber gut. Du hast direkt... Ich hab richtig gemerkt, jetzt hast du schon als Folge gehabt. Wenn man bei dir... Ja, du bist mein Held. Wenn man das einmal sieht, wie du das machst, dann inspirierst du mich. Kann ich Autogramm von dir haben? Ja, schickst du mir einen frankierten Rückumschlag, bitte. An Autogrammwunsch at nilsomhoff.de An eine E-Mail-Adresse? Ja, mit frankierten Rückumschlag. Okay. Frankierte Rück-E-Mail. Gab es nicht mal auch so Versuche, E-Mails so kostenpflichtig zu machen? Pro E-Mail? Ja, aber auch irgendwie so verifiziert sind und nicht, dass die angenommen angekommen sind oder so. Ich hasse E-Mails. Das ist die schlimmste Technologie der Welt. Ich krieg tatsächlich jeden Tag 100 Spam-Mails. Ja, ich krieg auch schon. Wirklich keine Übertreibung. Wirklich 100 Spam-Mails. Und, äh... Du meinst, du kriegst dann so, ja, morgen OP um 12? Ja, wirklich. Wirklich? Ich soll jemanden operieren? Okay, ich kann's probieren. Aber ich bin aus dem Gesprung. Warum? Ist ja super. Ja, ich wollte aber laufen. Du hast doch schon den Instinkt. Du hast den Feuerwehr-Instinkt. Ah, ich kann nicht mehr. Hast du gesehen? Da war ich schon geschlackt. Das ist das Ding. Wir haben uns ja gesagt, dass man zweimal schlägt. Aber manchmal ist zweimal auch zu viel. Oh Gott, 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 oh shit. Oh, das ist ja... Also, das ist einfach nur gemein. Du musst auch manchmal auch einfach Glück haben, dass das sowas nicht kommt. Ja, 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 ja. In den letzten beiden Trys kam das einfach nicht vor. Und das ist dann auch der letzte Glücksfaktor, den du brauchst. Ich weiß ja auch nicht, wo ich da hinlaufen soll dann. Nee, weiß man nicht. Oh, jetzt ist der zentral! Ui! Ui! Hohohohoi! Direkt zwischen die Augen gelasert! Jetzt habe ich mich auch zweimal geheilt. Das ist auch so dumm. Guck mal, wenn ich jetzt hingelaufen wäre... Stark! Deine Positionierung ist wirklich fantastisch, ein absoluter Traum. Wie der Kopf immer direkt vor deinen Füßen zur Ruhe kommt, das ist ein absoluter Traum. Oh Mann, Heilfalle. Ja, aber das ist wieder Disziplin-Nils, das ist auch wieder zurückgekehrt, der klopft an. Vorhin hatten wir auch wieder einen starken Gear-Nils, aber jetzt ist das Disziplin-Nils auch wieder zurück. Ey, wenn du einmal hinter oder unter ihm bist, warst du das, ne? Du musst immer vor ihm sein, habe ich das Gefühl. Weil, also, ich weiß auch nicht genau, was für eine Art von Attacken das sind. Schwanzschlag, Flügelhieb irgendwie, irgendwo im Quellcode werden da wahrscheinlich irgendwie blumige Begriffe sein, die das beschreiben. Für mich ist es nur der Tod. Ja. Und deswegen einfach da fernbleiben. Das ist die einzige Strategie, die ich da habe. Also, es gibt zwei Distanzen, glaube ich, die man bei ihm haben kann. Mhm. Und das eine ist direkt vor seiner Schnauze. Ja. Und das andere ist so weit weg, dass man nicht von dem Feuer und von diesen ganzen anderen Kladderadatsch getroffen wird. Und da muss man immer gucken, okay, positioniere ich mich so weit weg und gehe nur in die Defensive und wann ist der Zeitpunkt, wo ich wieder reingehe? Ja, genau. Ich glaube, man darf auch nicht zu weit weggehen. Also, dieser Flammenteppich, klar, der ist gefährlich. Aber ich glaube, man darf auch nicht zu weit weggehen, weil sonst kommt man danach nicht wieder ran. Weil du hast ja immer, diese Fenster sind echt klein. Und das Problem ist gar nicht, dass du ihn nicht triffst, sondern dass du immer dann zweimal schlagen willst und der zweite Schlag so spät ist, dass du dann den nächsten Schlag... Nee, aber das kommt drauf an, wie früh man vor der Schnauze ist. Wenn du rechtzeitig, wenn du gut positioniert stehst, kannst du ihm zwei auf jeden Fall geben, ohne Probleme. Ja, ja, ja. Wenn du zu spät rangehst, dann nur ein. Jetzt zum Beispiel, jetzt nur noch einen. Durch den kann man durchrollen, aber die anderen... Und da ist er auch so sauer. So, und jetzt? Nee, okay, er ist nicht in der Luft. Teppich. Strahl, Vorsicht. Ja, und jetzt Strahl. Ach, komm, nee! Oh, nee, das will ich nicht, Mann. Was war ein Doppelter? Das war so gemein. Das ist... Ach, Mann, ey. Du gehst rein. Du gehst rein. Du gehst rein und suchst die Konfrontation und er macht den... Also, er hat ja zwei gemacht. Aber das geht. Man kann bei dem Strahl kann man nah ran. Ja. Ich glaube, man muss nur vielleicht entweder sprinten oder Doppelrollen oder so, während er den seitlichen Streifer macht. Ach, komm! Aber das war trotzdem fies, weil er hat zwei gemacht. Und das normalerweise macht der einen. Und dann gehst du ran, genau das, was ich vorhin meinte, mit dem Feuerteppich. Dann mach dein Feuerteppich, gehst du rein, mach direkt den nächsten Feuerteppich. Ja, ja, gut, das passiert. Letzten Endes ist auch ein Faktor Glück einfach nicht wegzuargumentieren. Ich weiß, wir hören das nicht gerne, aber manchmal hat man Pech. Aber wir haben wirklich gar keine Lösung für dieses Fluginferno, ne? Gar keine Lösung. Wenn der wirklich in der Luft ist und Feuer spalt und so auf dich zufliegt. Vielleicht musst du da... Vielleicht machen wir diesen Prometheus-Fehler, dass wir von ihm weglaufen, wenn wir eigentlich seitlich laufen müssten. Vielleicht. Muss man mal probieren. Aber bis jetzt noch keine Antwort gefunden. Es gibt manche Fragen, auf die hat man einfach noch keine Antwort gefunden. Einfach niemand. Selbst die richtig schlauen Leute nicht. Hat Prometheus-Fehler nicht, dass er das Feuer gebracht hat? Ich mein den Film Prometheus. Achso. Mal kurz überlegen, was hab ich denn jetzt verfasst? Okay, das war ein Schnabby. Ich dachte, jetzt kommt der Hauer. Ja, auch die Frage, ne? Soll man in solchen Momenten einfach auf den Körper schlagen oder auf den Beinen? Oder soll man echt noch zum Kopf laufen? Was ist das sein? Was? Oh, ne, das war gemein. Ich stiege unter dem Maul durch. Ja. Wenn man die Körperhaltung sieht, weiß man, das muss der Flammteppich sein, ne? Ich glaub, was anderes macht er in dem Moment nicht. Ah, da bin ich doch reingerollt. Oh, okay. Was? Was war das? Er hat mich mit seinem Unterkopf getroffen. Hier. Der Kinnhieb. Lad schneller, warum musst du immer laden? Es ist doch immer das Gleiche. Oh, es müsste eine Mod geben, Boss spawnen. Dass man einfach direkt im Bossraum spawnt. Ja, wir wollten eigentlich bei 1000 Toden nach dem Bonnfeuer suchen. Dann lass uns das bei 2000 machen. Ja, bei 2000 finde ich gut. Jetzt haben wir verpasst. Aber, okay, nachdem ich heute Morgen so was von durch war und gar kein Gehirn... Nee, du darfst es aber nicht wieder ins Tal fallen, Nils! Nein, ich bin nicht im Tal. Ich sehe, ich sehe, was ich... Ich sehe... Sag das deiner Körperhaltung, Nils. Ich sehe, dass wir jetzt vorankommen. Ja, absolut. Wir haben jetzt... Du hast einen guten Try gehabt, ich habe einen guten Try gehabt. Das zeigt, dass es geht. Mein Monitor... Und ehrlich gesagt, fand ich jetzt die zweite Phase, sah nicht so furchtbar aus. Also ich glaube, man muss einfach, wenn diese lila Knödel kommen, einfach weglaufen. Ja. Und dann verliert man ein paar Zeitfenster. Aber alles in allem, glaube ich, ist es nicht so wild. So, Kollegen, jetzt geht's los hier, Freunde. Fünf, 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 fünf... Ja, keine Chance. Wo soll man hier hinlaufen? Ah, jetzt geht's. Man muss seitlich weglaufen. Ich hab's geschafft. Ich hab's nicht gesehen, richtig. Du bist seitlich weggelaufen. Ich will dem Inferno entkommen. Ach, komm. Also quasi 90 Grad Winkel zu seinem Kopf, oder was? Jetzt ist eine emotionale Komponente mit drin. Du besiegst ihn jetzt. Schlag. Er hat genau der dumme Fehler. Und jetzt gibt er dir den Kopf. Doppelbeiß und Feuer. Also dieses, durch diesen Feuer, durch die Feuerschlange kann man gut rollen. Da kann man sich wahrscheinlich auch gut positionieren. Mann, was ist denn das für ein Zeitfenster? Ja, das war echt gut. Und jetzt? Zeig's doch mal. Ja, man kann im 90 Grad Winkel wegrennen. Sehr gut, okay. Komm. Ey, was ist denn das für ein Zeitfenster? Ich mach mal die Arme ganz hoch. Nein, das war ein. Das ist Feuer. Gibt's denn da keinen Brandschutzbeauftragten oder irgendwie sowas? Oder irgendwie so ein Feuergel oder irgendwas, was man nochmal machen kann oder so? Ich mein, wir rennen da ja auch völlig unbedarft rein. Es gibt wahrscheinlich irgendwie so einen Regenmantel, den man noch anziehen kann. Dann gibt's noch irgendwie so einen Antifeuerring und irgendwie so einen Glühstrumpf, den man anziehen kann und so einen Quatsch. Und dann macht das alles kaum noch Schaden. Du sagst immer, nein, ich will jetzt den Boss machen, ich will nicht noch Sachen sammeln. Also ich glaube echt, dass wir schon Hardcore, allein, dass wir so wenig Flasks haben, das ist eigentlich schon Hardcore-Modus. Ja, das hast du bei Friede auch immer gesagt. Ja, aber es ist ja auch so. Was dann passiert mit Friede? Ja. Wo ist Friede jetzt? Aber wir hätten sie, glaube ich, 120 Tode früher kriegen. Jetzt ist kein Wett drin. Denk doch mal an deine knappesten Versuche, wenn du da jetzt noch irgendwie, lass uns sagen, es sind 15. Ich bin mir nicht sicher, aber lass uns sagen, es sind 15, dann hätten wir vier Flasks mehr. Es geht nicht darum, Dinge im Leben so früh wie möglich zu erreichen. Das ist einfach nicht, das ist einfach der falsche Weg. Jeder in seinem eigenen Tempo. Und weißt du was? Wir sind die elf Flasks-Boys. Und das ist auch okay so. So, jetzt wird er, jetzt wird er angenilzt. Ah, das ist Gedulds-Nils, das ist Bescheidenheits-Nils. Ich liebe es. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich glaube, diesen Karneval verkleide ich mich als Bescheidenheits-Nils. Oh Mann, ey, das war das, jetzt kam diese Geschichte. Ja, da musst du sofort antizipieren und in die richtige Richtung laufen. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Er hat ihn angemeldet, muss fairerweise sagen. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, da sind meine Reflexe kaputt, aber ich kann dem nicht ausweichen. Zu schnell bin ich einfach nicht. Ich bin eigentlich sonst ein Mensch mit sehr guten Reflexen. Ich stand in der Schule immer im Tor, weil man gesagt hat, Florentin, du hast die besten Reflexe. Und du bist der Fetteste, aber primär, weil du die besten Reflexe hast. Und ich habe auch hier und da mal was gehalten. Die Klappe. Stark. Man sieht dein Selbstbewusstsein ist ganz weit oben. Selbstbewusstsein ist Nils. Dann bleibt er in meinem Top-7-Nils. Der ist auf jeden Fall dabei. Oh nein, er hat es wieder angekündigt. Ja, aber das ist so ein kleines Formular, das ist so ein kleines Post-it-Note, das irgendwie am Sekretariat hängt. Das kriegt doch keiner mit. Dann musst du wirklich eine Durchsage machen. Das ist viel zu subtil, gerade für so ein großes Wesen. Macht das Feuer überhaupt Schaden in dieser Art von Attacke? Ich bin mir da gar nicht sicher. Traumhaft. Ja, das ist immer das Gefühl einfach nur. Ich bin aber nicht im Rhythmus jetzt, das war es schon für mich. Nee, Quatsch. Geht immer noch mehr. Der erfolgreiche Try muss nicht fehlerfrei sein. Ein paar Flas braucht man auch noch um. Es war klar, ich kam nicht richtig rein. Ich habe richtig gemerkt, wie ich nicht im Rhythmus bin. Als wenn du immer so ein Stück hinter der Melodie daherhängst und nicht reinkommst, so richtig. Ja. Kraft. Okay, es hat geklappt. Ich habe mich beschworen. Hast du Wrestling geguckt früher? Nee. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Papa Shango sagt dir nichts. Nee. Du bist überzeugt von diesem Schild? Ja, also du kannst ja jederzeit ein anderes nehmen. Das gibt uns Ausdauer zurück und ich finde, das ist immer super. Wo war der Knopf für mehr Infos? Archiv. Weil das Ding ist, selbst wenn du jetzt eins nimmst, was Feuerresistenz oder so. Der Drachenwappenschild reduziert Feuerschaden beträchtlich. Oh, beträchtlich. Das ist natürlich sehr gut. Die Frage ist, wir können es ausmachen, ich bin mir nicht sicher, wenn man das auf dem Rücken trägt, ob das dann auch aktiviert ist. Wir könnten es probieren. Ich glaube schon. Kannst du nicht mal jetzt gucken gleich, wenn du es auf dem Rücken hast, bitte, wie deine Werte sind. Und dann nimmst du es einmal in die linke Hand und guckst, ob sich was ändert. 138, genau wie wir es vorhin auch hatten. Okay. Dann. Ja, und 26909 ist genau das gleiche. Ist halt die Frage, ob das dann so eine Art Schadensreduktionsmultiplikator-Ding ist oder was. Das ist so undurchsichtig. Ich frage mich, ob das nur was bringt, wenn du den hochhältst und der Feuerschaden gegen das Schild knallt oder ob das halt einfach auch was bringt, wenn man es jetzt auf dem Rücken trägt. Also so wie ich das lese, Mann, warum geht denn dieser Knopf nicht? Also so wie ich das lese, ist unten die Fertigkeit, ist das Aktive und der Satz da drüber ist das Passive. Wie bei dem Graswappenschild, ja. Aber das ist das falsche. Genau, du hast ja die Ausdauer-Regeneration auch nicht nur, wenn du es in der Hand hast. Ja, ich verstehe. Ja, finde ich ein gutes Argument. So verstehe ich es aber. Gutes Argument, ja. Bin mir nicht sicher. Gutes Argument. Das Ding ist, wir wollten natürlich eigentlich gar nicht mehr von dem Feuer getroffen werden. Ja, du hast natürlich völlig recht. Und ich habe das Gefühl, das Feuer ist auch nicht mein größtes Problem. Deswegen frage ich mich, ja, wir lassen es ausprobieren auf jeden Fall, wenn wir gleich merken, okay, wir nehmen dadurch dann doch weniger Schaden, haben mehr Flasks, am Ende kann das natürlich echt was bringen. Aber es sind ja auch oft genau diese Treffer, die einen noch nerven. Was ist das gemein, wie man sich so an den Rand tastet und dann trifft man nicht. Stark. Feuer? Ne. Jetzt kommt die Scheiße, dein geiler Winkel. Stark. Den hast du raus. Und direkt neben dir gelandet. Das ist dein Traum. Hammer. Nein. Aber ich nehme weniger Feuerschaden. Stimmt, ne? Also, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber in der Theorie. In der Theorie. Ja. 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 Ich glaube, da in diesem Anfall muss man einfach weg und einfach seitlich. Wie so oft im Leben, wenn jemand einen Wutanfall hat, einfach Distanz aufbauen. Den hast du richtig gut gemacht. Den hast du drauf. Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Schmeiß. Okay. Hammer, 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 ey. Ach, komm. Ja, ja, der dritte. Das ist immer der dritte. Ja, fuck. Bleib drin, du bist super gut, alles gut, alles gut, alles gut, ganz ruhig, du machst das perfekt. Das ist eine Freude, dir zuzusehen. Bleib einfach dabei. Nice, so nice. Einfach weg, einfach weg. Alles gut, alles gut, du machst das perfekt. Er macht dir keinen Scheiben, alles perfekt. Ah, man muss diesen Kopfsenker richtig lesen. Ach, wie dumm, ey. Ey, ich war mir so sicher, dass du's schaffst. Nee, Quatsch. Ey, du warst so gut. Ich will einmal in die zweite Phase kommen. Aber ich glaube, wir haben große Fortschritte gemacht. Du hast, glaube ich, gar nicht gerafft, wie gut du gerade warst. Ja. Nein, ernsthaft. Ja, das ist einfach schon okay, aber es ist halt auch nur ein Drittel. Nein. Ich hau immer daneben und ich treff nix. Also, der Punkt ist, du hast es so gut gemacht, du hast kaum Schaden genommen, die ersten zehn Minuten. Du hast alles perfekt ausgerollt, du hast Geduld gehabt, du hast, wenn's die Chance gab, hast ich ihm einen gegeben, du hättest natürlich ein, zweimal eine Situation, wo du ihm noch eine hättest geben können oder so und du warst halt so ein Stück zu weit weg oder irgendwas, aber ansonsten bist du einfach fast perfekt, flawless. Und am Ende hast du ein bisschen den Fahnen verloren, aber ich war mir sicher, du machst ihn jetzt, weil es war so gut. Ich glaube, wir kriegen den heute nicht mehr, aber morgen. Oder beim nächsten Mal. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und ... Oh, ich fliege aus Versehen! Oh nein, hilf mir!